so ach ja ich war ja beim boss hallo dennis by the way ich war ja beim boss oh nein ich habe aber gestern noch obwohl ich echt matsche war ein paar sachen geholt aus dem base game ja einige sachen geholt eine gerüstung noch geholt also ich habe ein paar bosse geklärt die mir noch gefehlt haben also wir sind jetzt talisman technisch glaube ich wieder auf einem guten weg ich weiß nicht wie viele es gab ich habe bestimmt immer noch nicht alle aber ich habe glaube ich einen großteil hast du alles habe vor ein bisschen backtracking gemacht und noch ein neues gebiet gefunden im ersten gebiet noch mal und ich habe mir ein neues outfit angezogen ich habe jetzt die raubvogelbrust für sprungangriffe diese diese dieser brustpanzer der sprungangriffe verbessert die beine und die hände heilen mich wenn ich low lp habe also wenn ich wenn ich leben habe heilen die mich wieder ein bisschen hoch und der kopf ist einfach nur ein kopf weil der cool aussieht ansonsten habe ich glaube ich wir haben mit level 170 aufgehört ich habe selber 175 und malenjas rune drauf schauen wir mal ich habe schon gesehen viele struggeln bei diesem boss hier bei tik tok muss man nicht nämlich aufpassen und durch scrollt da werden dinge hart gespoilert finde ich ja uncool warum warum macht ihr sofort tik tok content von endgame content oder von späteren content von den ersten bossen sage ich okay kann man machen aber danach bin offenbar in g3 sie ist nett sie rennt nicht das ist sehr nett wenn sie nicht rennt die musik alter ich war wieder nicht das ziel drei leute kloppen auf die ein und die hp leistet so ich bin im main game ja gestern zu bossen gegangen habe die extra rausgeholt habe den hier gemacht das war wild mit den mit den dlc waffen ins geld base game reingehen ist einfach killer hast du auch leder gerufen oder hast du sie komplett allein gemacht ich weiß nicht finde das irgendwie cool wenn man die npcs damit ruf wenn man die rufen kann sollte man die rufen nur mimik war ihr movement ist auch so geil ne du weißt einfach nicht wo sie hin wo sie als nächstes hin schlägt weil sie sich immer dreht sie hat nach vorne gehauen das war ein fehler ich dachte vielleicht bin ich da safe aber nein in der mitte bin ich nicht safe aber machbar 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 die ganzen leute tauchen jetzt auf tickel oder in social media auf die ganz stolz darauf sind dass sie mit azurs comet moog besiegt haben das ist genauso wie wenn ich stolz bin in meiner sense moog besiegt zu haben das ist einfach es ist funny aber azurs comet ist einfach nur noch ein meme jeder weiß dass es mit azurs comet einfach ist also come on also das ist jetzt nichts specialiges mehr aus der dreck gezaubert ist aber nicht nett wieso läufst du mir hinterher leder geht auch auf den gegner wieso wieso werde ich getroffen es ist so ein die dreht sich zu viel es ist keine hilfe eigentlich also eigentlich ist es eine hilfe weil ein bisschen ablenken tut es schon aber es ist in der hinsicht nicht förderlich dass man auch noch ein mimic dabei hat oder noch ein npc weil die dreht sich so viel mit ihren waffen die hittet dich trotzdem so du musst trotzdem aufpassen dass du nicht in ihrem radius bist es ist insane jeder schlag von ihr ist ein 360 jeder schlag egal wie sie schlägt sie haut immer einmal um sich rum weil sie sich immer dreht wie ein beyblade es ist wieder ein beyblade ich will meine ruden haben ich will meine ruden haben die schwerter gucken nicht zu mir fliegen trotzdem zu mir es ist immer so wild sie wollten nicht mich hauen komm mach bumm da da und sie Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Mond konter, by the way. Nein, falsche Verlust. Nein! Ich glaube, das funktioniert nicht, weil die Magie, die mich da tötet, passiert auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass ich mein Schild auf dem Boden halten kann. Dennis, wo hast du eigentlich das Großkatana her? Ja, ist das auch eine DLC-Waffe? Ich will das haben. Ich habe gestern nur das Wakizashi noch bekommen im Base-Game. Ich habe nur Reverse of Blood, Wakizashi und meinen Start Katana. Oh, sie rennt wieder. Immer wenn sie rennt, ist Scheiße. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mach doch jetzt ein scheiß Feuer, dann mach das gleich, ich will nicht zu dir hin, während du das machst. Wieso machst du dein Feuer nicht? Oh! Ich bin einfach ein Gamer. Oh Gott. Das war nicht nett. Das ist jetzt nicht nett. Trink, trink. Nicht gut. Nicht schon wieder. Scheiße! Mann! Ich kam nicht mehr von dir weg. Ich kam nicht mehr aus diesem Heal Circle raus. Ein Magier hätte jetzt wieder ein leichtes Spiel gehabt. Der hätte gezaubert, der hätte gewonnen. Ja, ich... Start das Programm neu ist ja gut. Aber ich bin... Ich dachte, ich wäre viel zu früh gesprungen beim Mond. Aber irgendwie hat es gepasst. Ich habe keine Ahnung, wie das gepasst hat. Ich dachte, for real, ich wäre zu früh gesprungen. Aber springen ist es anscheinend. Hm. Sie hat in dem Trey aber auch ihr Feuerschwert nicht so... Also, sie hat das nie... Sie hat das gar nicht gemacht. Und das hat... Deswegen habe ich so lange gewartet. In der Zeit hat man viel mehr Damage machen können eigentlich schon. Nicht rennen! Och, sie rennt. Immer scheiße, wenn sie rennt. Schon immer ein scheiß Start. Collins Vater, danke für zweieinhalb Jahre. Danke für deinen 30. Monat. Dankeschön. Danke für dich. Oh, die geht so weit, das Schwert. Das ist so ekelhaft. Was für eine Range das hat. Machst du jetzt Feuer? Ja, okay. Oh, fuck. Ich bin extra auf Flächen gelaufen, wo kein Feuer war. Oh, ich benutze das mal kurz, um mich zu heilen. Oh, oh. Schade. Einen nicht gedroppt. Äh, gedodged. Aber war gut. Leder. Oh, fucking hell. Dem habe ich nicht gerechnet. Mach nicht Leder jetzt fertig. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Scheiße. Ich war zu greedy. Ich war zu greedy. Ich war zu greedy. Aber ich kann den Mond dodgen. Das ist viel wert. Das ist bei mir die größte Angst, dass ich es nicht hinkriege, dem Scheiß zu dodgen. Und anscheinend ist der Moment, wo man springen kann, riesig. Ich habe Gurank, by the way, auch alle Todeswurzeln gebracht. Also, der ist jetzt auch gone. Dem seine Quest ist auch fertig. Trigger, man. Der Mond hat Spell sucked hart. Macht wahrscheinlich nicht so viel Damage wie er bei uns, ne? Mich one-hitted, also mich three-hitted er, ja. Und ich komme nicht mehr raus. Keine Chance, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Ach, komm. Fuck you. Reichweite auch null? Der geht hier durch die ganze Arena. Warum hat der denn beim Spieler wieder Reichweite null? Was soll das denn? Ich möchte bei the way was ausprobieren. Ich möchte mir diese Töpfe angucken. Nicht rennen. Aber es ist glatt hier. Okay. Nimm das. Hier, nimm meinen Eistopf. Jetzt wirft mein Schadi auch an mein Mimik. Ah, hör auf. Oh, nee. Mein Mimik gerade. What the fuck? Mein Mimik so. Mein Mimik hat die Schnauze voll. Oh, Alter. Meiner rennt nur noch vom Bossen davon. Weil du Magier spielst. Der lernt von dir. Sag ja, Magier rennen immer weg und machen dann ganz viel Damage. Und dein Mimik lernt das von dir. Ich spiel ein Runder. Ja, aber dein Mimik nimmt nur die schlechten Eigenschaften an. Siehe bei mir. Meiner hat gerade mit Töpfen geworfen. Ich darf mein Mimik auch nix anderes geben als... Alter, eigentlich muss ich wirklich alles ausziehen. Wenn mein Mimik dauerhaft mit der Waffe hier kämpft. So. Oh, das ist ein guter Anfang. Sie rennt nicht sofort. Ja, dafür schnetzelt sie mich sofort. Kannst du mal aufhören, auf mich zu gehen? Feuer. Komm, mach Feuer. Ja. Ich bin mal aufhören. Heia, ich bin tot Ich komme hier nicht weg Ich komme Warte, warte, warte Er hat es aber auch das perfekte Timing Zu denken, jetzt auf den Spieler Der steht gerade in der Ecke Der kommt da nicht weg Ich kann schon meine Augen hier durchkommen Ach, sie rennt Nicht rennen Ich bin tot Schön Ich bin tot Zu früh, scheiße Mimik, mach was Danke Mimik, du hast alles gegeben Alles gut Scheiße, ich bin immer zu greedy am Ende Ich werde nach dem Mond zu greedy Aber ich muss ein bisschen schneller machen Weil wenn Leder auch tot ist Konzentriert die sich zu 100% auf mich Und dann wird es unangenehm Ich muss ein bisschen schneller machen Ich muss ein bisschen schneller machen nach dem Mond Deswegen werde ich so greedy Wenn ich einen Runenbogen benutze Hat mein Mimik dann auch ein bisschen mehr HP? Das ist eine euer Meist Może Das war's. Vielleicht sollte ich das Rivers of Blood nehmen. Das hat einen besseren Special Move. Dann wusch ich nicht so um sie rum und sie trifft mich vielleicht nicht. Das war's. Das war's. Der Mond müsste jetzt so langsam kommen. Oh, das ist sehr gut. Jetzt kommt der Mond. Safe. Wieso macht sie den Mond nicht? Hä? Sie hat den Mond nicht gemacht. Okay, easy. Braucht das Item nicht. First try. Schneiden wir zusammen. Ah. Ich will gar nicht wissen, wie viele YouTuber es wirklich gibt, die in Elden Ring ihre ganzen Boss-Versuche rausgeschnitten haben und so getan haben, als ob sie den Boss-First-Try gemacht haben. Gibt's safe. Gibt es safe. Ja. Gibt es safe. Zwei Schwerter, die als einzelne Waffe fungieren. Oh, geil. Hier und nur hier waren Mond und Feuer je zusammen. Einzig an der Sennel-Mond- und Feuerhaltung. Dann könnt ihr mit normalen Angriffen Schimmerstein-Lichtwellen wirken. Oder mit Starkangriffen, der einen Wirbelangriff ausführt, während Rings- und Flammen ausbrechen. Okay, let's go, Chad. Was brauche ich dafür? Weisheit. Verdammt. Reicht das für ein Level? Nein. Aber aufleveln können wir so schon mal. Weil benutzen will ich's safe mal. Wie viel Weisheit hab ich denn? Zehn. Wie viel brauche ich? Sechzehn. Okay, sechs Level. Ich könnte jetzt sechs Level bei Moog farmen. Ich überlege gerade, ob ich das mache. Das geht ja eigentlich schnell. Bei Neu-Skilln will ich nicht. Wo ist es? Ich suche gerade mein Farmschwert. Da. Macht man nämlich den. Geht zu Moog. Genauso Drill. Wir brauchen 600. Ja, sagen wir 700.000. Ne, wir brauchen bestimmt 800.000 Runen. Es ist so befriedigend einfach. Und ein Swoosh gibt mir einfach mehr Runen als der gesamte DLC bisher. Man könnte es noch ein bisschen verbessern, indem man noch ein Fehler für hier Tierfuß ist. Aber ich habe glaube ich keinen mehr. Ne, ich habe nur noch Silbersachen. Ich habe keine Goldsachen mehr. Ich habe keine Goldsachen mehr. Gruppenpasswort drinne? Ne, ich bin ja auch nicht online. Muss ich nur das Passwort drin haben und nicht mal mit anderen spielen oder was? Man muss doch dann mit denen die Bosse machen auch, oder? Das ist ja echt ein Cheat. Dafür müsste ich online gehen. Aber das macht nur was bei Bossen oder auch bei normalen Gegnern. Ist ja echt случell? Ich bin jan. Ich bin ja auch nicht im Moment. So tänne, ob Das tut man nicht alles für ein bisschen Weisheit. Immer wenn irgendwer mit diesem PW einen Boss killt, bekommen alle anderen mehr ein... LOL. Und benutzen den viele? Oder ist der so... Keiner benutzt den. Also mehr Ruhen im DLC würde ich schon nehmen. So, ne? Ja. Muss ich dann aber das Mehrspieler-Passwort rausnehmen? Ach, jetzt sind hier wieder überall Nachrichten. PW ist von Vati. Okay. Achten wir mal drauf. Ich hab den Runen-Buff jetzt einmal, weil ich den goldenen Skarabeos dran habe. Ey. Wenn da ein zweites Mal oben auftaucht. Die Geister, die hier alle das Gleiche machen. Dieser Ort ist einfach nur zum Farmen. Dieser Ort ist halt doppelt gut zum Farmen. Wenn du das Schwert nämlich nicht hast, nimmst du einen Bogen und schießt da unten auf diesen Vogel. Der springt da von der Klippe und du kriegst auch 11.000 Runen. Also, dieser Ort ist einfach nur zum Farmen gemacht worden, quasi. noch keiner an den Boss geklatscht. Was für Plaps? Ich brauchte sechs Level, aber man braucht ja immer ein paar Runen mehr pro Level. Deswegen, ich geh glaube ich auf 700.000, 750.000, 800.000, so um den Dreh, werde ich brauchen. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Oh, wir haben jetzt drei Level. Okay, wir brauchen noch viel mehr. Das ging so krass hoch. Aber man kann sagen, was man will. Das ist fucking befriedigend, wie die Welle da so durchschnetzelt. Das ist schon, das ist schon geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege gerade weniger Runen. Ich glaube, Seeker klaut mir Runen. Die kommen alle in einem Pott und irgendein anderer kriegt die gerade. Ich glaube, Vati kriegt die gerade. Ich glaube, wir werden verarscht, Chad. Gute Frage. Es ist früh am Tag. Ist nachts besser? Es ist früh am Tag. Und ist das Garabeus irgendwie? Ne. Nachts gibt es immer mehr Runen. Ah. Also, weil die mit den Augen spawnen. Okay, dann warten wir doch mal auf Nacht. Die mit den leuchtenden Augen kommen nur nachts. Wusste ich auch nicht. Hä? Hä? Ah, doch. Ich dachte gerade, die sind nicht respawn. immer überlebt einer. immer überlebt einer. Ich habe zwei Level noch. Boah. Boah. Das war exponentiell falsch berechnet von mir. Also, das steigt so hart. Also, wie viel mehr Runen man braucht, habe ich unterschätzt. Ich will die Schwerter testen. Ich will die Schwerter testen. Und ich will nicht eine scheiß Larvenkacke dafür benutzen. Ich habe den Buff übrigens immer noch nicht. Wollt ihr mir sagen, keiner auf der Welt, der dieses Passwort benutzt hat, dieses an den Boss gelegt? Was machen die denn alle? Sind die genauso gut wie ich? Toll. Wahrscheinlich die Leute, die gut sind, die sagen, ich brauche dieses Passwort nicht. Und die töten die ganzen Bosse. Und die Plebs hoffen jetzt darauf, dass irgendjemand Bosse killt und keiner killt einen Boss. Oder das Gruppenpasswort darf nicht drin sein. Dass sich das dann darauf auch noch beschränkt. Weil finde ich jetzt schon, also, wenn Vati das Video gemacht hat, werden das ja wirklich schon ein paar Leute benutzen. Und dass keiner jetzt gerade einen Boss gemacht hat, ist ja irgendwie unwahrscheinlich, oder? Ich meine, in Elden Ring wird doch bestimmt jede Minute mindestens einen Boss geklatscht von jemandem. Vor allem jetzt, wo das DLC raus ist. Ich nehme das Gruppenpasswort mal raus. Oder man kriegt mit dem Seeker den Buff, den ich eh habe. Aber glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man den von dem goldenen Hühnerfuß bekommt. Der mit dem Karo und nicht der Viereckige. so noch zwei, drei Mal, dann müsste ich genug haben. Ich weiß es nicht. Nur Storybosse zählen dafür. Ja, okay. Aber auch Storybosse werden doch bestimmt auch einige geklatscht, wenn viele Leute das benutzen. Wobei Elden Ring, da laufen viele auch stundenlang rum und machen keinen Boss. Amin, wie lange bin ich gestern rumgelaufen und habe keinen Boss gemacht? noch mal. Wupp, wupp. Ach, weil ich wieder an dem Blutflick stehe. Okay, cool. Oh, wir haben den Buff. Oh, wir haben den Buff. jemand hat einen Fragmentträger besiegt. Tada! Okay, jetzt hat es geklappt. jetzt nie wieder an die Grace setzen. Warum? Achso! Hält der so lange, bis ich mich an die Grace setze? Na gut, jetzt ist ja eh, jetzt habe ich mein Level auch erreicht. Ja, aber funny. so back in die DLC-Welt, Chat. Weiß noch nicht, was ich von den Schwertern halten soll. Aber das, ich mag das Feuer. Ich meine, das Schießen kann auch praktisch sein, wenn du mal auf Distanz sein willst. Also, cool sind die Schwerter auf jeden Fall. Tatsache, jetzt ist der Buff weg. Das ist ja komplett dumm. Skado Altus. Ja, ich glaube, ich gehe gleich auch noch mal ins Startgebiet, wenn da so viel noch ist. Meine Worte habe ich gesagt, die kamen von allen möglichen komischen Armeen, die wir geklatscht haben und dachten sich dann, ach, das ist doof, ich mag Michaela jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? In irgendein Verwaltungen, dass er bei unseren Throaten ist. Long ago, Queen Marika hat die Schwerter zu verabschieden, die Schwerter zu verabschieden, die Schwerter durch die Schwerter zu verabschieden. Es ist kein Wunder, die Schwerter zu verabschieden, die Schwerter Das ist das, Mensch ist, in der Natur, eine Schwerter von Konquest. Und in diesem Bezug, die Schwerter sind nicht anders. Sie waren nicht die Schwerter. Sie waren Ich habe gefühlt, Limograff und Caleb komprimiert in Armeniengebiet gewählt und es als DLC anfangen gewählt. Sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers befolgen wollt. Wenn ihr mich findet, müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig. Also die Map hätten sie echt größer machen können. Oder hier drauf kopieren können. Ganz ehrlich. Wir sollen das lesen. Hier ist ein Feuertopf. Ich habe den Feuertopf im ersten Gebiet nicht mal geklatscht. Da hinten ist die Map. Die wollen wir haben. Geisterriese. Alter, das Schloss. Boah. Boah. Okay. Ja, ist okay. Da sind noch zwei Gebiete, die ich nicht kenne. Also mindestens. Das wird ein Gebiet sein. Und das hier auch. Okay. Ja, ist klar. Ih, das sieht aus wie ein Pimmel. Ähm, was? So. Äh. Äh. Oh nein. Hammertyp mit Pferd. Es wird immer besser. Ist das der Mönch? Oh, oh. Ist das der Mönch? Bin ich im Mönch? Äh. Nee, Moment. Nee, ich bin im Westen. Bin im Westen. Ja. Was passiert hier? Quielingen wir da? Was geht? Keine Ausdauer. Aua. 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 Der hat eine lange Waffe. Also die verehren jetzt... Ach, ich verstehe noch nicht, wer hier wen verehrt. Mesma ver... Moment. Verehrt Mesma jetzt Marika? Ist Mesma Marika Fanboy? Oder hat er das jetzt so gesagt, so nach dem Motto, guck Marika, du hast keine Chance. Ich habe einen deiner Krieger gekillt. Ich habe einen der Fallen von Mesma. Thou shalt not evade the flame of Mesma. Ja, ich guck sowas nie. Ist mir immer alles zu lang. Schlüssel zum Gebetsraum. Okay, er war Marika-Fanboy. Sonst hätte er das jetzt so nicht gesagt. Okay. Das sieht irgendwie wichtig aus, so wie das hier glimmt. Vielleicht muss ich mir das alles mal angucken. Oh, hier sind aber einige gestorben an dem Dude. So, was haben wir überhaupt bekommen? Wir haben bekommen den Schlüssel. Öffnet die Tür des Gebetsraums in dem Hauses der Anbetung im geheiligen Viertel. Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Flammenspieß. Okay. Ich schaue gerne YouTube-Videos, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Deswegen. Und bei Vati muss ich ja aufpassen. Weißt du? Weil ich lasse YouTube-Videos echt oft einfach nur so nebenbei laufen. Und gucke die nicht aktiv. Deswegen gucke ich ja auch nie Serien oder Anime oder so. Also mit anderen Personen würde das gehen. Aber so alleine konzentriere ich mich eigentlich nie auf das, was im Hintergrund läuft. Außer ich will aktiv gerade was nachgucken, was lernen. Dann passe ich schon auf. Also wenn ich irgendwie was in einem Videoprogramm machen will oder so und ein Tutorial gucke. Dann passe ich auf. Aber auch nur so halb. So ich gucke dann, was der Typ macht und denke mir, ah okay, so geht das. Und dann versuche ich wieder selber rauszufinden. Alter, wie viele Hammerbros sind hier. Hier wollte ich gar nicht hin. Ja okay, komm. Gehen wir einmal hin. Schon wieder ein Hammer. Was ist denn mit euch? Noch einer? Was? Also, come on. Man kann auch übertreiben. Magst du eine Sache testen für mich? Was denn? Du redest nicht mit mir. Warum? Was muss ich wieder anziehen? Oder bist du der Mönch? Bist du der Mönch? Alter. Trockenblatt, Dane. Trockenblatt, Dane. Ich will ihn nicht hauen, wenn das nicht ist. Bei der Kirche, wo der Invade war, umschauen. Okay. Aber wieso soll ich es testen? Was war das Ergebnis bei dir und warum muss ich es dann testen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen NPC gekillt habe oder nicht. Boah, da habe ich auch ein Video gesehen von irgendeinem Streamer. Der saß irgendwo in einem NPC. Das hat mich natürlich gespoilert, dass irgendein NPC wo sitzt. Der saß irgendwo in einem NPC und der hat den direkt gebackstappt. Aber er hat nicht gesehen, dass er hätte Y drücken können zum Reden. Und dann dachte er so, bitte sag mir nicht, dass der wichtig war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen NPC gekillt habe oder nicht. Das sind keine NPCs. Spring doch. Das sind keine NPCs. Spring doch. Es ist irgendwie kein Gegner, aber auch kein NPC. Ich weiß, was du meinst. Ich habe keinen Heal. Kann ich den irgendwie healen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Kann man den jetzt irgendwie healen, ohne dass ich Zauberer bin? Gibt es irgendwie Wurfheilung? Nee, ne? Wer haben die Steine? Stimmt, der sieht auch aus, aber friert. Warte. Au. Dennis, ich glaube, du hast eine NPC gekillt. Schnell zu Schildkröten, Pope. Der kann den wiederbeleben, Dennis. Aber er macht immer noch nichts. Aber es geht ihm besser. Noch einer? Ja? Muss ich vielleicht jetzt irgendwo rasten, damit du jetzt... Also, er ist aufgestanden. Es geht ihm besser. Dennis hat es aber auch mit NPCs, die geheilt werden müssen. Ich erinnere da an Lords of the Fallen, an die Steinfrau. Wo ich sie aus Versehen gekillt habe, obwohl ich es nicht wollte. Aber Stone Lady war zum Glück nicht wichtig. Sie war nice to have, wenn man sie für Kämpfe rufen konnte, aber brauchte man ja eigentlich gar nicht. Und er chillt ja immer noch. Reden! Oh! Er hat mein Handbuch gegeben. Schatten Sonnenblume. Schatten Sonnenblume. Schatten Sonnenblume. Was ist neu? Da! Ich kann jetzt heilig sichere eingelegte Leber. Okay, cool. Ja, ich hätte den aber glaube ich auch gehauen. Wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich den auch kaputt gehauen. Weil... Ja, ist halt ein Schrimp, ne? Noch nie einen netten Schrimp gesehen im Game. Sammlerbrut, deswegen ist das passiert, was bei mir passiert ist. Wurdest du dann von denen angegriffen, weil du den gekillt hast, oder was? Ah... Witzig. Ja, wäre mir auch passiert, wenn du nichts gesagt hättest. Bin ich ehrlich. Aber ich sag mal so, du hast jetzt nicht viel verpasst. Also wenn ich es richtig sehe, hat man nur das bekommen. Ich weiß nicht, wie sehr du Leber magst. Beste Armor in-Game. Ich kann den immer noch killen. Let's go! Was passiert... Meint ihr, wenn ich den jetzt kille, kriege ich auch den Invade? Let's try it. Kam der sofort, oder kam der später? Was? War sofort in deinem Gesicht? Verdammt! Das ist auch umsonst gestorben. Meint ihr, Turtle Pope belebt den wieder? Jetzt tut damit leid. Meint ihr, Turtle Pope belebt den wieder? Wo war Turtle Pope? Wir wollen zu Turtle Pope. Äh... Scheiße, wo war Turtle Pope? In welchem Gebiet war Turtle Pope? Turtle Pope hat auf jeden Fall einen Gnadenpunkt. Hier glaube ich, ne? Oh eh... Tootel Pope. Tootel Pope! ich hab, ich hab, ich hab ein Upsi gemacht. Fuck. Aber hier, du kannst alle Gebetbücher haben. Nein, Moment, macht der, hier macht der, hier war Absolution, ne? Ja. Oh, verdammt, der zählt nicht. Ja, Shrimp ist umsonst gestorben. Shrimp ist kein richtiger NPC. Äh, da. Green von Mord. Bin einfach dann vorbeigeritten. Rest sind Cocktails. Was ist mit dir? Ja. Why do you don't talk to me? Hm? Wie, how, how do you talk to me? Ist das der Mönch? Das ist ja das Ding. Es gibt kein Anzeichen darauf. Ich hab ja schon gesagt, wenn das der Mönch ist, ich will's eigentlich nicht riskieren. Und ich soll ihn herausfordern. Ja, ist mir klar. Aber... Oh. 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 It's an illusion. Invade. Invade? Invade when? Weil auf dem Bild hat er keinen Hut angehabt Fand ich jetzt frech Ich hab ja schon gesagt, das könnte der Mönch sein, weil der nicht redet Hätte ich nur dieses Schlüssel Nee, das ist eine verbarrikadierte Tür, die geht eh nicht auf Nee, die geht nicht auf Das ist keine Tür, die aufgeht, Freunde Da könnt ihr so viele Schlüssel suchen, wie ihr wollt Kommt er wieder, wenn du rastest? Hast du das nicht gemacht? Hast du mich gerade reingebaitet, um was auszuprobieren, was du nicht gemacht hast? Frechheit Ich hätte jetzt halt gehofft, dass der irgendwo anders nochmal hockt und ich den nochmal hauen kann Oh, warte mal Okay, ich hab ne andere Idee Ja, vielleicht kommt er wieder, wenn ich raste Ich hoffe Ich hab nämlich ne andere Idee Ja, okay Ich werde auch nicht das lesen, was da steht Das ist keine Herausforderung Okay, warte Schlachtruf Vielleicht das Hm? Bock? Nein? Okay Haben wir noch was, was richtig toll ist, so wie Den Weg des Kriegers soll man einschlagen Das war der Emote Oh, da ist er Das geht Oh, er ist sogar ein richtiger Boss Oh, das ist frech Das Emote lag dabei Ah, hab ich schon wieder vergessen So, ich merke, welche Emotes ich bekomme Emotes sind immer so irrelevant Du brauchst Du brauchtest den Elden Ring Im Base Game, glaub ich, zweimal ein Emote Oder so Also Ja, keine Ahnung Trockenblattkunst Das ist sogar ne Waffe Halt weiter an eurer Stärke Und tut Okay Hand-Explosion Ah, das ist Was er gemacht hat Okay Als ob ich mir merke, welche Emotes wir bekommen Chat Also ganz ehrlich So, warte mal Jetzt will ich aber wieder dahin, wo ich vorhin war Hier Weil das sah interessant aus hier Hä, wie bist du dahin gekommen, Kollege? Er hat mit dem Reitpferd wahrscheinlich einmal vorhin gesprungen Ah, sag mir nicht, man kommt hier nicht runter Ah, eklig Ja, mit Torrent vielleicht Deswegen bist du auch dahin gesprungen, ne? Ja, fühle ich Oh 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 Gott Hilfe Hallo, Robbdino Goldene Bögen Schön Schön Wir need to go deeper, Chad We need To go deeper Wer heult? Ach, immer diese Heulsusen hier Da heult einer Bist erlöst Du kommst hier eh nicht aus dem Loch raus Wie viel Zeit die Leute damit verbringen Irgendwo Nachrichten hinzuplanten, ne? Das ist insane Teurer Geil Ach, immer diese Heulsusen Abonniert Ja, im Du Espa Verla Ja, im Ah, ja. Perfekt. Bonnie, was? Das ist ein funny name. Und wir können unsere Mimik rufen. Bonnie? Wer ist Bonnie? Und wo ist Clyde? Natürlich bist du ein Werfer. Du bist nackt. Warum? Was ist hier wieder los? Ich ruf mal die Mimik, dass es mir gerade zu heiß ist, wenn er mich gleich sieht und mich angreift. Wer weiß. Boah, sind das viele. Warte mal. Hä, juckt ihn gar nicht. What the fuck? Hä? Alter, warum verlieren die so viele Items? Wieso konnte ich ihnen kein Damage machen? Dem großen Herrscher. Was passiert da? Was ist das? Hast du ein wärmenden... Ach, meine Mimik hat einen wärmenden Stein geworfen. Mann. So, was ist mit dir? Okay, kriegst du ein Mensch. Okay. Okay. Der hat mir nicht mein Item gegeben. Okay. Okay. Der hat mir nicht mein Item gegeben. Oder? Ne. Ah. Fleischermesser aus Bonnie. Der Typ ist komplett zass, weil der respawnt und nix droppt. Also als normaler Gegner. Ha. Weißt du, auf was das Dorf hier eine Anspielung sein könnte? Es gab im Elden Ring Base Game doch das Töpfdorf. Und die Töpfe haben immer neue Herrscher gesucht. Vielleicht ist er von den Töpfen der Herrscher. Und deswegen respawnt der. Aber hier sind keine Töpfe, die rumlaufen. Aber die liegen hier zumindest, die Töpfe. Weil ich hab die Topf, also ich hab Jar Bane gestern im Base Game erst wieder aufgesucht und versucht seine Quests noch zu beenden. Aber ich glaub, die geht nicht mehr. Und wir finden seine Handbücher die ganze Zeit. Heißen die Handbücher des Herrschers und sind da Topfrezepte drin? Ja dann, obviously ist das die Anspielung auf das Jar Bane-Dorf. Auf Dings. Dann hat das damit zu tun. Hier auf Gefäßburg. Dialos chillt jetzt übrigens hier. Keine Ahnung, was mit Dialos ist. Dialos ist jetzt Herrscher von Gefäßburg. Und heilt die Töpfe. Eigentlich ganz süß. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Absolut wild. Oh, sein Messer glitzert richtig. Das ist derselbe. Okay. Der respawnt sogar, ohne dass ich gedingst habe. Okay, das ist... Kann mein... Wieso wirft meine... Achso, weil meine Mimic immer noch aus dem selben Call ist. Deswegen, meine Mimic hat immer noch die wärmenden Steine. Obwohl ich sie nicht mehr hab. Da hinten ist er wieder. Ja. 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 Ich hab ihn gerade hier gesehen. Da ist er wieder. Er respawnt aber auch immer an einer anderen Stelle, ne? Vielleicht muss man ihn ganz oft killen. Aber sein Messer glitzert nicht. Ah, jetzt glitzert's. Okay. Verstanden. Dass mein Mimic immer die wärmenden Steine wirft, ey. Vielleicht muss man ihn mit nem Topf besiegen, damit man selber der neue Herrscher wird. Wir gucken, ob der jetzt wieder hier irgendwo chillt. Jetzt ist er aber weg. Oder er ist an nem Ort, den ich noch nicht gefunden hab. Oh, scheiße. Ich bin froh, dass sich meine Mimic und mein Wohlergehen sorgen. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Vor allem, das ist das Erste, was sie tut im Kampf, ne? Erstmal einen Stein werfen. Oh, nice. Was! Ja. Jetzt hat sie es anscheinend ausgeherrschert. Was sind das hier für Sounds? Creepy? Peitschenhütte. Wir bekommen eine Zahnpeitsche. Hör um des Mittelleits willen auf. Ihr Platz ist im Gefäß. Darin erwartet euch die Nachteiligkeit selbst. Das ist die Schicksal von Schamanen wie euch. Wann denn dafür wurde euch das Leben gewährt? Was? Alter, die Sounds hier sind richtig gruselig über der Klippe. Ich glaube, der ist jetzt weg, der Herrscher. Also er respawnt nicht unendlich. Oder wie gesagt, er ist jetzt an einem Ort respawnt, wo ich noch nicht war. Aber ich glaube nicht, weil das Bonnydorf ist es nicht so groß. Da oben vielleicht. Aber da oben war, glaube ich, die Gnade, ne? Ah, hier ist der Brunnen, wo ich rauskam, ja. Okay, Torrent. Kein Grund zu zittern, brauchst keine Angst haben. Ich weiß, was die Sounds waren. Sind da Monster in der Klippe, ja? Also das war auch mein erster Gedanke. Das ist ja richtig Horrorgame hier auf der Brücke. Ja, der Sound ist ja nur hier. Hi. Ja. Oh mein Gott. Ich komme nicht weg. Oh mein Gott. Hilfe. Ich bin so confused right now. Was? Was hast du getan? Jetzt ist der große Herrscher wieder da. Obviously. Ist ja auch ein normaler Gegner. Anscheinend. Uh, am Tag hier so, wenn die Sonne aufgeht, sieht das hier echt schon fancy aus. Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh. 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 Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Hallo, willst du dich angreifen? Geht doch. Was ist los, Dennis? Was verwirrt dich? Muss ich weitergehen, um die gleiche Verwirrung zu erleben? Ach, nach der Kerker von Bonny. Erstmal mache ich diesen Dungeon hier. Natürlich sind es wieder Töpfe. Oh, nee. Hä, ist das der gleiche Kerker, den sie auf dem Event spielen durften? Ich glaube, die Stelle, genau die Stelle habe ich schon gesehen. Was? Seit wann one-hitted mich das? Sonst habe ich das nicht mehr überlebt. Wieso? Wieso one-hitted mich das? Ich habe das sonst immer überlebt. Uh, Peitsche mit Vergiftung. Ja, Gift ist immer so. Warte, lass uns die Peitsche doch zumindest malen. Oder hier auch das Fleischer-Messer. Einmal ausprobieren. Ja, okay. Machst du hier den Damage-Buff auf das Messer. Gut, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Aber glitzert schön. Das Ding hat Lifestyle. Das Ding hat Lifestyle. Macht das auch Blutung? Nein, aber man könnte Blutung noch draufpacken. Lifestyle mit Blutung wäre wild. Obwohl, da hast du Klinge schärfen nicht mehr. Hat das Ding nur Lifestyle mit Klinge schärfen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, so weit reicht das nicht. Okay. Oh. Standardmäßig sogar. Hä, waren die schon immer so nervig oder bist du nochmal ein anderes Vieh? Du bist ja ultra nervig, wenn du so ballerst. Die ersten waren nicht so nervig von euch. Fühl ich, Bruder, fühl ich. Dann am Knast. Hm. Der Schalter hat's verraten hier. Ah, ich lese die Nachricht nicht. Ja, okay. Hätte Schlimmeres rauskommen können. Bin ich ehrlich? Wo bleibt die gefährliche Falle? Das war doch nicht alles. Okay. Hier sind Menschen gestorben. Deswegen spiele ich eigentlich lieber offline, aber der Runen-Buff ist es eine schon wert, den man zwischendurch kriegt. Nein, nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Ich habe jetzt versucht, er, ich bediede mich für Takin. Genau. Ich gehe noch nicht. Gut, hat sie jetzt... Also, man hat einen schweren gesprungenen Topf bekommen. Okay. Hat sich jetzt nicht gelohnt, hier runter zu gehen. Aber hey, ich hab's gefunden. I'm a gamer boy. Why is so high? Okay. Ach, du hast mich erschrocken. Ich dachte schon, warum kommt das Vieh jetzt wieder hier raus? Hallo. Eine Tür, die man sofort öffnen kann. Sass. Mag ich nicht. Okay, die Rats hat auch keinen Bock. Ah, schön. Ey, was ist denn da passiert? Das ist nicht das, was ich gedrückt hab. Oh, warte mal. Oh, ich hab den Skarabios immer noch drin. Hm, was nehm ich denn? Sprungangriffe mach ich gerade selten. Brauch ich den? Nee, brauch ich gerade nicht. Sehr gut, dann können wir uns zwei Coole reinpacken. Was nehmen wir denn? Beschleunigt Ausdauerregeneration. Immer gut. So. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Regeneriert LP. Ich möchte... Eigentlich hätte ich gerne... Gab es das... Rollen nicht links gegen die Wand bei den Nachrichten. Ist es... Ist es verbuggt und man fällt durch die Welt oder was? Und die Leute wissen das wieder und packen da ganz viele Nachrichten hin? Gibt es das Karmäe der Räuber auch mit regeneriert FP beim Besiegen von Gegnern? Gab es das? Ja, das hätte ich gerne, glaube ich. Ja, ich meine, du wirst es ja dann wahrscheinlich haben, ne? Weil du wirst ja alle Talismanne haben. Wenn du ein New Game bist. Abrollen versuchen. Nee, okay, das ist wahrscheinlich die Wand, die Dennis meint. Okay. Aber eigentlich will ich es auch wissen. Was passiert denn da? Das Horn vom Ahnenhirschgeist. Ah, okay, dann muss ich das aber mit dem Echo holen vom Ahnenhirschgeist, ne? Oh, warte mal. Hier ist einer gestorben. Der ist bestimmt dagegen gerollt. Ah, nee. Was passiert denn da, Dennis? Bei einer scheinbare Wand ist es nicht. Trippy Stuff. Aber man stirbt nicht. Oder stirbt man? Also man kann es schon versuchen. Es ist nicht gefährlich. Ich bin nicht verrückt. Chat Epilepsie-Warnung. Ich habe keine Ahnung, was kommt. What the fuck? Hä, wie geil ist das denn? Die haben die... Wie? Dann haben die eine Ladezone oder so falsch. Oh lol. Ja gut, das wird jetzt ein paar Mal kommen. Die haben die Ladezone irgendwie falsch da... zu nah an diese Wand gemacht. Funny. Ja gut, das kommt jetzt ein paar Mal. Ich sehe jetzt schon die Speedrun-Stats mit dem... Robustheit. Ah, es hat aufgehört. Okay. Ja, irgendeiner wird es schaffen, sich dadurch irgendwie in die Welt zu glitschen. Und dann kannst du frei in die Ladezonen laufen oder so. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Aber Moment. Als ob hier nichts ist sonst. Würdest du mir sagen, hier ist kein Boss drin? Ihr wisst, ich glaube das nie. Bei der Schmiede habe ich es eingesehen. Die Schmiede hatte ein legitimes Ende für einen Dungeon. Ah ne, warte. Ich bin hier nicht lang gegangen. What the fuck? Wie viele? Ach guck mal, der hat auch das Schwert. Huh? Wie viele darunter gedroppt sind. Noch mehr. Ach du Scheiße. Ow. 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 Okay, es ist aber auch kein Weg zum Boss. Ich mach grad den Dennis. Scheiße. Ah, warte. Es geht weiter. Das ist lustig, weil ich auch Dennis heiß. Also, mach ich mich selber. Es ändert sich nicht, ne? Meine Stangenwaffe macht den meisten Damage. Also, es ändert sich einfach auch nicht, ne? Egal, was ich finde oder egal, was ich mitnehme, meine Stangenwaffe macht immer noch den meisten Damage. Und alles nur, weil ich keinen Plan habe, wo das Katana herkam. Naja, ich könnte ja auch einfach googeln. Ich muss ja einfach nur Großkatana googeln, dann werden wir es ja wohl irgendwie finden. Das wird ja jetzt kein Top-Secret-Ding sein, was du gefunden hast. Smells bossy. Smells even more bossy. Aber ich glaube nicht, dass der Topf ein Boss ist. Ja, nur das stinknormale Großkatana. Oh, guck mal, wie er schläft. Okay, guck mal. Hä, dreimal reicht nicht. Scheiße. Spin to win. Ich sag ja, im DLC ist alles Beyblade. Und da das Psycho. Da liegt ein Drache drauf. Im ersten DLC Abschnitt im See. Hä, den Drachen habe ich doch geklatscht. Habe ich das? Vielleicht habe ich das sogar und habe es übersehen. So wie Dennis. Den Drachen. Das ist doch der Geisterflammendrache, der da chillt. Den habe ich doch gemacht. Oh, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ja, wahrscheinlich habe ich es auch im Fight dann aufgehoben. Kann man den eigentlich backstabben? Mist, oh Mist. Diese Nachrichten. Wieder Babytöpfe. Da wird der Angst, dass irgendwo Mama-Topf rausgecircelt kommt. Funktioniert das mit diesen Töpfen eigentlich so wie mit Krebsen? Wenn die wachsen, müssen sie sich einen neuen Topf suchen. Ich guck mal eben, während ich mich hier heile, ob ich diese Waffe habe. Groß Katana hieß das, ne? Das ist bestimmt bei Großschwertern. Großschwerter. Scheinlich habe ich es nicht aufgehoben. Doch. Lol. Da ist es. Ich habe es. Gut. Haben wir das auch geklärt? Oh Gott, hier sind viele Leute gestorben. Mann, es spoilert einen immer so. Wenn ich auf den Topf springe links, bin ich dann sicher? Ah, der Bait ist das Item. Ich will ihn nicht. Was könnte mich hier umbringen? Das kann ja nur aus einem Topf rausplatzen und mich killen wollen. Und der Bait ist das Item. An dem Item sind viele Blutflecken. Wenn ich mich beeile und hier hoch springe. Was kommt da? Ah ja. Ah ja. Okay. Und da kommt der Nächste. Ein Flitzer auf dem Spielfeld. Ein Flitzer. Hier ist auch noch einer. Frechheit. Gut, dass die dumm sind. Wie er guckt so. Hä? Ich wurde hier eingestellt, um eine Falle zu stellen. Jetzt ist hier gar keiner. Wieso warnetet mich das auf einmal? Das hat es vorher nicht gemacht. Das muss an der Rüstung liegen, die ich gerade anhabe. Vorher bin ich nicht daran gestorben. Genau der Nächste. Deswegen stopfen wir Kräuter rein. Guter Kräutertopf. Und eigentlich sind die kein Problem. Oh Gott, hier renne ich jetzt durch. Doch mal tue ich mir die ganzen Töpfe hier nicht an. Meint ihr, es gibt einen Gegner, der heißt Pot of War? Dass du leider kriegt. Und jetzt durch? Aua Ich fand den gut, sorry Okay, jetzt hat es mich nicht gewonnen Hinten und ich verstehe nicht warum Ich werde jetzt mal aufhören damit Ach komm, Schätzt, so schlecht war der nicht Ich werde jetzt mal aufhören Was ist die Falle? Ich brauch ein bisschen FP. Gönn mal. Was ist die Falle? Shortcut? Nee. Nicht Shortcut. Einziger Weg. Hä? Der sieht genau aus wie der erste Raum, wo man durchgeht. Genauso. Ich dachte gerade, ich laufe im Kreis. Ich hoffe zu heulen. Wie soll er Angst und Rind weg? Aus dem Topf, da kommt ein Gegner raus. Das ist ziemlich obvious. Ja, sag ich ja. Ja, sag ich ja. Oh, der lebt noch. Der andere war nicht mehr komplett aus dem Leben geworfen. Oh, der Boss. Ey, toll. Geil. Hm. Wieso sind hier Leute gestorben? Was kommt? Ah. Das Offensichtliche. I. Seh nix. Oh. Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? Okay. Ich konnte ihn nicht anvisieren. Es war so eklig. Dich benutze ich jetzt als FP-Tank. Gib mal her. Danke. Lügner vorraun. Schön. Ich wünsche so, es werden Dölkorys. Achso, dass du Transmog quasi machen kannst. Also Richtiges. Dass du halt anziehen kannst, was du willst, aber unten drunter halt die Rüstung mit den Werten, die du möchtest. Oh nein. It's one of those. Okay. Oh nein. Oh nein. Komm, Mimic. Finish him. Danke. Wieder ein Beyblade. Es war wieder ein Beyblade-Gegner. Ich hab gerade so ein schönes Set bekommen. Obst du schlechte Stats? Ja. Ey. Schade eigentlich. Elden Ring hat echt hübsche Rüstung. Aber die ziehst du halt nie an, weil bringt dir nichts. Entweder sind die zu schwer oder schützen halt gar nicht. In den Dungeons ist noch mehr? Hä? Wie kann denn da noch mehr drin sein? Ach, denn ist man mir noch nicht fertig. Der Fahrstuhltopf vom Boss? Da war ein Fahrstuhl. Da war ein Fahrstuhl. Oh Gott. Jetzt muss ich den ganzen Weg dahin rennen. Ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Erst mal Lampe anmachen. Ich seh nix. Ich seh nix. Da ist halt noch was. Da war ich noch nicht. Da liegt noch ein Item. Wie dumm die jetzt in den Raum rennen. Der Fahrstuhltopf fährt nicht nur in eine Richtung. Kann ja nur der hier sein. Oh, der fährt sehr weit hoch. Okay. Ich glaub, das ist mein, das Set meint Dennis. Uh, sexy. Hat auch keine Stats irgendwie, die extra hoch gehen. So, es hat kein, weiß ich nicht. So, meine, meine Rüstung zum Beispiel, das, was ich auf dem Oberkörper hab, verbessert ja Sprungangriffe. So, und richtig wenige Rüstungen geben solche Effekte. Das ist immer voll schade. Hallo? 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 Sie verarschen? Shit. Uh. Ein schwarzer Spiegel. Entfesselt die Dunkelheit der Nachts voll magischer Macht. Dunkelheit der Nacht voll magischer Macht. Wird das Talent direkt nach den Blocken eines Angriffs angesetzt? Wird dessen Macht absorbiert? What the fuck? Es ist einfach wirklich Spiegel. Gegner greift dich an und du sagst einfach nur Spiegel und er kriegt es selbst ins Gesicht. Oh, nur Reverse Card. Ja, so ist das gerade. Eigentlich muss ich das nicht tun. Ich kann jetzt einfach raus. Jetzt sagt Dennis, da ist noch mehr. Da hab ich scheiß drauf. Ach, die Musik hier, Alter. Es könnte sogar fast sein, dass die Mimik... Also, die Mimik ist ja sowieso schon nicht mehr die beste Beschwörung. Irgendeine andere war es ja schon mittlerweile. Dass jetzt eine vom DLC halt besser ist, ne? Ähm. Das ist nicht immer der gleiche, Dennis. Das sind verschiedene. Guck, der steht nämlich auch hier. Das ist nicht immer der gleiche. Also, der respawnt nicht. Es ist einfach nur eine Gegnerartige, die gleich heißt. So, Dennis sagt, wenn man über die Brücke geht, passieren Dinge. Da hinten ist auch eine Gnade. Gott, dieser Wald sieht zass aus. Ach, ich brauch mehr Waffenslots, Shit. Mann. Äh. Alter, ist das groß. Oh, ho, ho, ho. Äh. Ich falle auf mich hier mal. Äh. Okay, das kann jetzt dauern. Und ich hoffe, ich hab genug Schmiedestein. Nein, hab ich nicht. Können wir den Händler hier rübersetzen vielleicht? Der Weg zum Händler ist immer so lang. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist halt auch geil, ne? Hey, DLC ist raus und der Baum brennt jetzt die ganze Zeit und niemand kümmert sich drum. Goddammit, es fehlen wieder zwei. Kaufe mir direkt ein paar mehr. Oh Gott, ich habe Heavy Roll. Das Großkatana ist zu groß. Das Großkatana ist zu groß. Um auf Stufe 25 zu gehen, aber als ob ich mir das merke. Das ist gut. Jetzt scheitert es wirklich an meinen Runen. Das ist die perfekte Welle. Danke. Ich habe, by the way, schon die ganze Zeit keinen Runen-Buff mehr bekommen. Den Code, entweder benutzt den Code nicht viele oder Story-Bosse werden echt langsam gelegt. Also ich habe ja erst einmal den Buff bekommen. Also es lohnt sich eigentlich kaum, den drin zu haben. Achso, Asche willst du jetzt auch haben, ne? Ah, was packt man denn so drauf? Dennis hat da, glaube ich, eine drauf, die ich nicht habe. Er hat Löwenkralle drauf. Die habe ich nicht. Wo hast du die her? Bestimmt aus dem Startgebiet irgendwo. Aber Blödverlust 136, du hast 139, ist schon wild. Oder 136 inzwischen. Alter. Alter, ist das ein langes Ding. So, ich will einmal sehen, was Dennis da gesehen hat im Wald. Ich kann deploy's auf den Wegeren. Ich kann mich hierher Cohen nicht schränken. So, ich will mal, wenn ich hierher meine Befeupte leise mit meinen Siebkenаться. Der ist das nicht schw vowel und sie nun ver Das war's. Ich find's gut, wie er da auch stand und überlegt hat so... Was? Ich hab jetzt Angst, dass das heißt, dass ich einen Boss verpasst habe, den ich jetzt nicht mehr machen kann. Eine große Rune ist doch halt das, was ich oben links zum Beispiel hab, von Malenia. Scheiße. Und mit ihr ein mächtiger... Oh, warte mal. Ein mächtiger Zauber. Eine große Rune mit ihr mächtiger Zauber. Das kann aber auch heißen, dass irgendwo ein Weg frei geworden ist. Dass irgendwo ein Siegel gebrochen ist, oder? Das kann's auch heißen. Große Rune haben nur die Bosse im Grundspiel. Hallo, Hanna, was geht? Ich fühl mich mal so angeschrien, wenn du in den Chat kommst. But it's fine. From the three path cross side of the ground, stick to the wall on the left. Was? From the three path cross. Achso, da ist die Kralle. Ja, danke. Warte, was? Stick to the wall on the left side. Ja, okay, ich sticke. Was geht, Hanna? Ich hoffe, du hast dein Sticker-Problem gelöst und bist nun happy mit deinen Ergebnissen. Follow the path north. Oh. Ah, das war ja einfach. Ja, gut. Müsst ihr aber morgen hinkriegen. Perfekt. Nee, 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 nee. Okay. Eine große Rune ist verbrochen und ein mit ihr mächtiger Zauber. Aber ich hab alle meine Runen noch. Oder fehlt eine? Godric, Rykert, Radan, Morgoth, Morg, Malenja. Fehlt einer? Nee, sechs gab's, ne? Ja. Mit ihr ein mächtiger Zauber. Oh, falsch. Wilde Löwenkralle. Die Siegelwand ist weg. Die an den, an den, an den, an den, an dieser Halbinsel, wo du warst. Also hatte ich quasi doch die richtige Idee, dass eine Siegelwand weg ist. Das ist zumindest die bessere Lösung und nicht, dass jetzt ein Boss gestorben ist oder weg ist, den ich nicht mehr machen kann. Und die Siegelwand hier ist... Ja, gut, da war ich noch nicht. Will ich da hin? Eigentlich will ich, glaube ich, hier hin. Was ist das? Das will ich, glaube ich, sehen. Ja, es gab nur zwei Erklärungen. Entweder ist ein... Entweder hat man einen Boss verpasst, fände ich wild. Wenn dann einfach ein Boss wegfallen würde, der eine große Rune hat. Oder halt, der mächtige Zauber heißt die Siegelwand. Aber es ist halt, ja... Das Siegel ist ja ein Zauber. Von daher war das die einzige Erklärung, die einen Spieler nicht abfuckt. Boah, diese Adler! Jumpscare-Adler, immer wieder. Oh nein, da ist so ein Topfi. Warum ist der Weg hier so am Leuchten? Oder ist das Wasser? I'm out, Topf. Das geht nicht so hoch, wie ich dachte. Hilfe! Damit könnte ich in den Topf reinspringen. Wäre das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Wie viele Wölfe sind denn hier? Wenn du den Freitod wählst... Vielleicht ist der dann One-Hit. Oh, ein Turm. Türme sind immer gut. Meinst du, man stirbt instant, wenn man da rein... Wenn man da reinspringt? Er macht ja seinen Angriff gerade nicht. Oh nein, die Puppen sind wieder da. Oh Gott. Oh, das sieht fancy aus, das Gebäude. Das sieht aus, als ob da drin ein Boss wartet. Da hinten ist eine Gnade hier... Oh! Ja, okay. Da hinten ist eine Gnade. Ich lese eure Nachrichten. Nicht spoilert mich alle. Geh weg. Ah, warte mal. Habe ich dafür den Schlüssel bekommen? Nee, die geht einfach so auf. Das ist die im Ladescreen, die da saß. Bist du ein Boss? Hallo? Bist du nett? Das ist ein Kerl. Ich dachte, das ist mir eine Frau. Wieso ist da einer gestorben? Das gefällt mir nicht. Wieso sind hier so viele Blutflecken? Gemeißelte Halskette und eine Ruinenkarte. Enthält den Fundort einer heiligen Ruine. An einer geheiligten Ruine verwenden, um eine hängende Glocke zu läuten. Ist das die Fingerruine? Das Ding sieht auch aus wie ein Finger. Das wird die Fingerruine sein. Woran sind Leute hier gestorben? Hä? Haben die den angegriffen? Oder später wird er noch was Böses? Und wie, hier ist noch fein... Stimmt! Oh, wer bist du? Öfter hier? Und draußen Spells reingeschmissen. Das kann sein. Aber ihre Rüstung haben wir gekriegt, ne? Das ist... Sie ist ja auch so... Sie hat ja auch die geile Rüstung an. Und ein geiles Schwert! Guck mal, wie das... Oh! Ich will das Schwert haben! Kannst du mit ihm handeln? Ich konnte nur mit ihm reden. Oh wow, man muss ihn nur... ...auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, dass sie behave hat, zumindest. Die poor Frau hat übergebracht. Die Schöne hat die Schöne übergebracht. Sie hat die Schöne auf den besten Momenten zu sein. Aber ich glaube, dass das eine schlechte Person macht. Es ist keine Überraschung, dass ihre kleine Schöne, auch, hat eine Art von Gold. Ich bin ein Glintstone-Sorcerer. Wir studieren die Stars. Und wir schauen uns die Leben da drin. Natürlich seid ihr aus Schimmersteinen, Sternenstaub oder was auch immer ihr sein wollt. Ihr könnt sein, was ihr wollt. Miriams Verschwinden. Passt auf, wo ihr hintretet in der Kirche, ihr wollt dem kleinen Jungen nicht wehtun. Ähm. Was? Moment. Ist das der Grund, warum ihr eigentlich... Wo seid ihr hinged... Oh Gott, sind die hier überall rumgerollt und haben gehofft, dass die dann auf irgendwas drauf treten? Rechts. Welcher kleine Junge. Das ist gruselig. Die haben versucht, auf ihn draufzuspringen. Jetzt... Aber... Passt auf, wo ihr hintretet. Jetzt würde ich schon gerne wissen, ob man irgendwas triggern kann. Hm? Begone. There is nothing. Is something here to squeeze in the... Ich mein, ich könnte jetzt auch einfach die ganzen Möbel hier kaputt rollen. Wenn ich gleich einen Kampf triggert, bin ich am Arsch, weil ich eine Heavy roll up. Geil. Nichts. Nichts. Tschüss. Schleswig. Da ist auch einer auf die ganzen Sachen gesprungen. Hallo. Nachrichten vom Boden auch so. Immer noch kein Boss, aber Blutfleck. Ja. Es macht halt keinen Sinn, dass hier ein Blutfleck ist. Ich zieh mal die Fackel aus. Opfer aber, Loch. Rumpf anbieten. Wieso kann man überhaupt Rumpf anbieten als Nachricht schreiben? Hier sind ein paar Leute vergiftet rein, um Chaos zu sehen. Das wäre so funny. Ja, stimmt. Die fighten ja auch. Ja, ja. Die machen Kampfbewegungen, ne? Ja, der blockt was. Rennt weg und kriegt einen Hit in den Rücken. Rennt away. Ja. 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 Ich denke. Ein paar Sachen kannst du aber nicht umwerfen. Es ist alles zu merkwürdig. Oh, die Wand hier ist aber wirklich komisch. Siehst du das? Man kann nicht ganz an die Wand ran. Die ist richtig weird. Bist auf, wo ihr hintretet. Ihr wollt unseren Jungen ja nicht verletzen. Hier darf ich fighten. Was? Benötigt ihr das Objekt voraus benötigt? Ich glaube, das ist später, Dennis. Irgendwas muss hier später passieren. Vielleicht irgendeine Questline, die man machen kann und dann da drin kämpft? Es steht da. Man weiß. Ja, wahrscheinlich hat es wirklich mit dem Fingeralter zu tun. Aber will ich zum Fingeralter? Eigentlich schon. Mein Fingeralter war da. Erstmal ordentlich einen abfingern. Was? Warst du da noch nicht? Hast du dir die... Hast du dir die Grace noch nicht geholt? Nein. Ei, ei, ei. Ach fuck you Wieso ist da wieder dieser eine Zauberer Der mich abfuckt Yo, versuche mich direkt nochmal zu catchen Okay, danke Klar Einer dieser Regenwürmer ist zu OP und nervt Und das ist der mit dem Lieder Äh, mit diesem rosanen Zauber, der einen festelt Guck mal, das was wir bekommen haben Sieht genauso aus wie das Ding Okay Hä? Ah Blasen wir gerade in den Finger? Ich weiß ja nicht Purpur-Samen-Talisman plus 1 Oh Und jetzt? Das war's? Okay Er wurde von einem Wurm angegriffen Bevor er reinpusten konnte Sad life Ja okay Dann Anscheinend wieder zurück Versteckt die LP-Generation von Flush mit Purpur-Train deutlich Wer ist Juri? Ist das ne kleine Junge? Es ist ne Hand Ah Gleich wieder da Deswegen sind am Strand vor dem Altar auch überall Handspinnen Oh There you are The exalted tomb of the bell has reached these ears of mine Gracious the starry sky is wondrous tonight indeed Only your fate shines brighter Now these are for you Think nothing of it I have made my decision I have made a gleaming I fear that you are alone witness to the whole of it Ich glaube wir machen hier nichts Gutes Aber ich will's machen The world built upon the earth tree The follies of men Their bitter suffering Is there no hope for redemption? The answer sadly is clear There never was any hope They were each of them defective Unhinged from the start Marika herself And the fingers that guided her And this is what troubles me No matter our efforts If the roots are rotten Then we have little recourse Ever young Michela saw things for what they were He knew that his bloodline was tainted His roots mired in madness A tragedy if ever there was one That he would feel compelled To renounce everything When the plane lay squarely with the mother May the gleaming stop Ich könnte Hilfe gebrauchen Beim finden der Ruinen Magst du mir mal eine Hand leihen? Okay Verkürzt die Wirkungsdauer für Zauberei und Anrufen bis ins Äußerste Erhöht erlittenen Schaden Das ist auf dem Pimmel Hier Noch eine Finger Das ist nicht gut, dass das alles Fingerruinen sind Wait, komm ich Da war ich noch nicht drin Aber ich bin interessiert an dieser Quest Ich bin interessiert Oh perfekt Da ist wirklich ein Eingang Wieso gehen die Lichter an? Das ist irgendwie creepy Als ob man mich erwartet Das ist nicht gut Mann, Bewegungsmelder waren auch schon in Eldringen Dingen Oh oh Ich würde sagen, das sieht nach einer Arena aus Okay Eine Gnade Aber wie ist er da Wie Schattenberg, Friedkirchenbezirk Wie sterbt ihr hier alle? Wieso ist die Leiche so hell? Warum sind hier überall Krabben auf dem Dach? Ich habe so viele Fragen Wie sterbt die? Achso, weil ihr runter springt Ja, okay Und natürlich wollte sie gucken, ob man ins Wasser fallen kann Okay Natürlich Es fühlt sich nie gut An die Krabbis zu killen Aber Was ist, wenn die Loot haben? Andererseits Wenn Krabbi Mama kommt Kackt man sich immer ein bisschen ein Oh boy Das gefällt mir gar nicht Aber ich will hin Was? Hä? Aha Okay, okay Was ist das? Da ist was im Wasser Oh Gott, ich will das nicht Was ist es? Das ist groß Oh, es ist gruselig Es klingt groß und hier ist ein roter Fleck Run 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 Was ist das? Ein Schrimp Oder? Ne, das ist was Schlimmeres Nein, das ist so ein Erdenbaum-Ding Oh, das ist Dennis Sein Lieblingsgegner Ich hoffe, der sieht mich Ich glaube, das Vieh kann gefährlich werden Aber ich hatte, glaube ich, Glück Dass er mich nicht gesehen hat Das ist diese Schlangen Dieses Erdenbaum-Schlangenvieh Aber einfach unter Wasser Ich hasse alles Und will nicht mehr Angern wissen, wo du bist Ich mache mich gerade auf den Weg Zu dem Schlangen hier Dafür Muss ich durch dieses Gebäude Irgendwie glaube ich, dass man das Wasser Ablassen kann Da liegen überall Leichen im Wasser Oh, scheiße Da muss ich Ich glaube, man kann das Wasser hier ablassen Oh, fuck Oh, Gott sei Dank Wie unangenehm Aber ich mag die wilde Löwenkralle Das ist ein cooler Move Die Musik wird bedrohlich Warum? Ah, wegen dir Was bist du? Ja, doch Guter Move Straight Schön geradeaus nach vorne Du weißt ungefähr, wo du landest Nicht wie bei ihm hier Wo er auch noch einen Schritt nach hinten macht Und alles Der sieht dafür cooler aus Keine Frage Aber Wieso bebt es hier Oh, Dennis wird das Gebiet richtig lieben Es wird sein Lieblingsgebiet Überall die Erdenbaumschlange ist Ich habe kein Problem mit denen Ich mache die gerne Ich mag das Moveset von denen Aber nur, wenn die nicht viel Platz haben Hier werde ich die auch hassen In engen Räumen finde ich die am besten Dann kriegst du zwar Epilepsie wegen der Kamera Aber irgendwie komme ich damit klar Du, ich weiß nicht mal Also ich habe die Vermutung, dass man das Wasser hier ablassen kann Weil echt viele Leichen im Wasser liegen Und ich Ich bin das nicht gewohnt von From Software Dass die da so viel Liebe ins Detail für Wasser machen Ich habe Angst Jetzt habe ich Angst Also Keine Ahnung Es ist irgendwie weird Dass du in dem Wasser Du guckst ins Wasser Siehst Gegner Und Leichen Das ist irgendwie ungewöhnlich Hier, man sieht da unten sogar eine Tür und so Es ist halt Also ja, es ist geil, dass man es sieht Und wenn sie es einfach nur fürs Design gemacht haben Mega geil Aber es ist ungewöhnlich Da ist was gestorben Aber doch nicht an den kleinen Mini-Krabbis Hä, woran bist du gestorben? Ich glaube, sie spielen alle ein anderes Spiel Au Ist das nicht Queen League Oder wie der hieß Queen League Er hat die gleiche Frisur Ja, das ist der Der uns entwädelt hat Zweimal Hä? Was sollen wir mit dir jetzt machen? Hm Ich lege mich einfach daneben Dann bist du nicht allein Wege von Mikkela Feuer, sporne mich an Achtung, Ratte Objekt voraus benötigt Was will er denn jetzt? Mann Willst du einen Ring? Nein Willst du, dass ich denke, dass ich Dass du mein King bist Nein Mit so einer höflichen Verbeugung Ja, genau Da ist auch ein Aufzug, der ins Wasser geht Mit so'n Danke Was hattest du mir gegeben? Du hattest mir irgendein Feuer-Spell gegeben Aber den kann ich ja jetzt schlecht machen Der killt dich Queen Marika Villa Der Erdenbaum-Dude ist weg Welcher Erdenbaum-Dude? Nessie Achso, dann ist der Dann schwimmt der aber weiter Dann ist das ein Vieh Das durch das ganze Gebiet schwimmt Vielleicht Schenkt mir eure Gnade Nehmt mir nicht mein einziges Licht Wie kann eine Queen Marika Gnade zeigen? Ich habe leider nicht gesehen Ob er was gemacht hat Ist er verschwunden dann? Ja Irgendwas muss man nicht machen Angreifen wollte ich ihn jetzt nicht Der will wieder irgendwas Oh Daran sind die Leute gestorben I see Ich mache mal kurz Platz Ihr sieht mich nicht Okay Rune eines unbesungenen Helden. Okay. Ich hab mal eben 50k in die Tasche geworfen, ist klar. Ähm. Wie bin ich hier nur hingekommen? Okay. Noch einer. Scheiße, der hat mich gesehen. Okay. Oh, er beat up. Das ist risky. Ich hätte gerne Gnade. Das Wasser muss verschwinden. Hier sind so viele Wege, die man nur gehen kann, wenn das Wasser weg ist. Oh, das ist ein Scheißsprung. Oh, das ist aber ein Skada-Bomb-Fragment. Hat sich gelohnt. Okay. Hier nach oben, ja. Nach unten hätte mich jetzt auch gewundert. Alter. Bin ich in so einem Runenturm gelandet? Probenlager. Kommt mir bekannt vor. Oh, wow. Hey, ne Gnade. Ach, das sieht schon wieder nach Zauber aus hier. Warum, warum zaubern? Ach, und blaue Lichter. Ja, das macht sich besser. Das ist... Nicht weniger nach... What the fuck? What the fuck? Okay. Ich hoffe, das wird kein Gegner. Komm ich an den vorbei, ohne dass der sich umdreht? Der sieht gefährlicher. Aua. 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 Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab ein großes Problem. Karianischer Stoßschild. Wurde eins von Rellana, der Zwillingsmond-Ritterin, während ihres einzelnen Ritualkampfes geführt. Eine Demonstration ihrer Treue zum Erdenbaum. Erlaubt den Träger gleichzeitig anzugreifen und zu blocken. Okay. Ich bin halt kein Shield-Gamer in Ellen Ring, ne? Er könnte auch da runter... Da ist noch eine Gnade, wenn ich da direkt runterspringe. What the fuck? Das ist ein... Da hängt einfach so ein Riese. Was ist das hier? Oh boy. Ich muss jetzt sagen, der steht so gut, der muss runterfallen, bitte. Habe aber lange überlegt. Oh, Alter, der Rote hat mich richtig erschrocken. Man könnte auf den Riesen springen. Ich glaube, auf die Hand wird man schaffen. Oder? Ja, was laufen. Ach, ihn! Ja, perfekt. Nein, nein, nein. Wer läuft hier rechts? Hinter der Wand läuft noch irgendwas. Feuerspirale. Da müssen die Spiele aber auch teilweise beweisen, was sie können, ne? So, hey, ich kann hier hochspringen. Achtung, Nachricht. Oh, das sind ja nicht mal Bücher. Das sind Steinplatten. Die umständlich. Aber hey, die halten länger als ein Buch, würde ich behaupten. Gnadenimitator. Achso, damit er Gnade hat. Ja, okay. Denn es rätselt noch. Hier läuft einer anscheinend. Oh, das ist eine Flagge, die weht. Irgendwas macht hier Laufgeräusche. Gesegneter Knochensplitt? Ah. Oh. Perfekt. Ich hab immer das Gefühl, ich bin auf dem Weg zum nächsten Boss. Ich weiß auch nicht, wie ich draufkomme. Oh, scheiße. Hier rechts macht was Geräusche, aber ich glaub, das ist kein Gegner. Es klingt, als ob da einer läuft, aber ich bin ja gerade da langgelaufen hier. Es ist ja quasi direkt hier. Feuerschlange. Erzeugt eine gewundene Schlangenflamme. Uh. Da sind auch noch Items, wenn ich da runterspringe. Will ich halt hoch oder will ich runter? Geh ich erst hoch oder will ich runter, Chat? Ich glaub, ich will erst hoch, weil unten ist Wasser. Aber ich bin echt hochgefahren. So viel Wasser kann unten gar nicht sein. Mann. Immer diese Entscheidungen. Ich kann mich doch immer so schlecht entscheiden. Bei sowas. Da liegt auch ein Item. Oh, das Gebiet ist riesig. Hier kannst du wieder 50 Stunden verbringen. Oh Gott. Überall Items. Oh Gott. Das macht Geräusche. Die scheiß Fledermäuse. Man hört die einfach nur schon kilometerweit. Alter. Oh oh. Hier will ich jetzt ungern kämpfen, ehrlich gesagt. Oh, das war knapp. Vielleicht wird es Zeit für einen Bogen. Ich bin mit dem Hauptfahrstuhl runter. Was? Moment. Mit dem gleichen, den ich hochgenommen habe? Der geht auch runter? Oder was? Ich bin mit dem Tunnel zugäng. Ich habe nichts dabei. Achso, du bist zu der Grace gesprungen. Ja, okay, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Der Geist hat mich jetzt wieder erschrocken, ne? Diese Flesermäuse. Also Gegner in Elden Ring können zwar fliegen, aber die können nicht fliegen, wenn kein Boden unter denen ist. Es ist so funny. Die kann jetzt nicht zu mir fliegen. Ähm... Vor allem die jetzt zu erwischen, wird halt nix. Danke. Hoch wird richtig sein für Boss. Ja, gut. Aber runter... Vorplatzbereiche und Haupteingang. Ist aber auch wieder ein wildes Gebiet, ey. Ich kann hier auf diese Zahnräder droppen und überall sind Items. Ich bin ein bisschen froh, dass ich diesen Bogen aufgewertet habe. Manchmal ist es praktisch. Ah, die kann zu mir. Und da haben wir den Beweis. Die können nicht fliegen, wenn kein Boden unter denen ist. Die kommt jetzt nicht mehr hoch. Die ist runtergefallen. Es ist so doof. Wo ist sie jetzt hin? Da. Da ist sie gelandet. Und sie kommt nie wieder hoch. Obwohl sie fliegen kann. Es ist geil in Elden Ring. Oh Gott, ich hab ne Heavy Roll vom Feinsten. So. Oh, das ist ja eklig. Geht das? Oh Gott. Ich weiß, warum da Blutflecken sind. Ich sag, wie es ist. Wir gehen einfach, glaub ich, darum. Das ist, glaub ich, einfacher. Ich würde sagen, hier wird ein Item liegen. Schmiedestein sieben. Ich mag sowas hier nicht, ne? Das mochte ich in dem einen Turm auch nicht. Wo man diese Statue braucht, um den Turm umzudrehen. Über so Balken laufen, mit Gegnern, die dich kriegen können. Das mag ich nicht. Ernsthaft? Ah. Richtig unangenehm. Mann. Man muss so vorsichtig kämpfen, auf der Scheiße. Da kann man drauf. Da kommt man wieder hoch. Ich kann aufs Zahnrad springen. Weiß ich noch nicht. Ich muss aufs Zahnrad springen. Hier ist der gleiche doofe Sprung. Zorn aus der Ferne. Feuert eine goldene Schockwelle ab, die Gegner zurückstößt. Das ist so ein goldener Mond quasi. Die wollen aber auch, dass man hier runterfällt. Ach. Ach komm. Danke. So, was machst du jetzt? Du kommst ja nicht rüber. Oh, watch Han's skills. Oh. Kannst du es warten auch immer nur, bis der Kopf in der richtigen Ecke des Screens läuft? Das kann ich. Okay. Das ist nicht nett. Alter. Pfff. Das war knapp. Das war knapp. Ich werde dich sowas von wegschießen. Dennis sagt, ähm. Es ist nie gut, wenn Dennis ähmse. Sag dich hoch, wer richtig für einen Boss? Hast du unten auch einen gefunden? Ja? Okay. Mann. Weißt du was? Ich gehe. Ich muss hier eh noch runter. Fuck my life sideways. Dann scheiß ernst. Jetzt kann ich nicht craften. Oh. Links, rechts, links, rechts. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Mann. Bleib doch mal stehen. Wo willst du hin? Ist okay. Ich wollte eh hier runter. Oh. Oh. Jetzt klettert er wieder hoch. Danke, Dennis. Ich glaube, ich habe einen Shortcut gefunden. Wenn ich dich nicht hätte. Na klar. Das Schwert ging so durch die Wand, dass ich kurz dachte, der war wirklich einer. Noch ein Aufzug und eine Tür. Was geht denn jetzt ab? Wo bin ich hier? Dennis, ich habe immer das Gefühl, hier ist mehr als ein Boss. Was geht denn jetzt ab? Hab erbarmt für die verstorbenen Schamanen. What the? Fuck! Hallo, Gaius. Ich bin tot. Ich wollte nur mal gucken. Das ist aber nicht der Boss, den du hattest, oder, Dennis? Du hattest noch einen anderen wahrscheinlich. Ich bin ja auch runter wieder. Das ist ja auch unten. Ich bin mit einem Aufzug runtergefahren. Und der killt mich instant. Wieso ruft der denn die Glocke nicht? Ich bin schon wieder tot. Darf man hier reiten? Oh, man darf hier reiten. Okay. Jetzt aber schnell. Aua. Wie schnell ist der denn? Wenn der läuft an mir vorbei, ist Insta wieder umgedreht und kann mich hauen. Wie schnell ist er denn? What the fuck? Nimm doch die... Nimm doch die... Alter! Hä? Ich komm nicht mal weggeritten. Auch ich hab ihn ja gedreht. Also, what the fuck? Ich kann auch nicht dodgen, gefühlt. Kampf zu Pferd voraus. Ja, danke. Aber das Pferd hat mir nicht wirklich viel gebracht. Vor allem, ruf das nicht sofort. Keine Chance. Jede Berührung tötet dich. Und das Gebiet ruckelt. Weil hier wieder Partikel rumfliegen. Man kann nicht sofort das Pferd rufen. Man muss immer erst einen Schritt nach vorne machen. Es ist so nervig. Alter, wie schnell er ist. Ja, die macht sich leichter. Wieso ist mein Pferd weg? Ich bin tot. Bei denen. Also, ich geh wieder hoch. Also, den mach ich jetzt nicht. Der ist ja schrecklich. Der hängt dir nur am Arsch. Der hängt dir nur am Arsch. Keine Chance, vor dem wegzukommen. Ich will auch gar nicht an den dran. Ich bin kurz davor, zu sagen, das ist der Moment, wo ich zum Magier werde. Weiß ich noch nicht, Dennis. Ich glaube, ich gehe erstmal einen anderen Weg. Ich habe das Gefühl, das Tor nämlich war da hinten. Dass das der Weg hier hin ist. Hier gibt es halt... Boah, hier gibt es drei Bereiche, ne? Man bekommt hier einen Bereich. Man kommt wahrscheinlich hier irgendwo raus. Man kann wahrscheinlich hier irgendwo raus. Das Gebiet ist wild. Ach, die Tür geht gar nicht auf. Das ist ja wild. Boss unten ist witziger. Weiß ich noch nicht. Also, Kommandant Gaius hat mir schon mal sehr viele Seelen gekostet. Sag ich mal, wie es ist. Ich hatte locker über 100k. Die sind jetzt weg. Oh Gott, und die ganzen Gegner sind jetzt wieder hier. Oh Gott. Inklusive den guten Red Mage da oben. Ciao. Idiot. Wird eigentlich zum Aufzug, den der Red Mage da beschützt. Gute. 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 Oh, das war knapp. Oh, noch eine Rune eines unbesungenen Helden. Hier gibt es auch 8 Karun, der Boy. Wie ist es eigentlich passiert, dass ich nach oben gehe, gefühlt nach ganz oben kletter, und dann mit einem Fahrstuhl nach ganz unten fahre, um einen Boss zu finden? So was macht auch nur Elden Ring mit dir. Ihhh, da ist Matschgeräusch hier drauf. Ihhh, da ist ein Hebel. Oh. Aber ich habe Angst, dass hier unten irgendwo ein Red Mage hockt. Wir nennen die jetzt einfach mal Red Mage. Keine Red Mage. Was ist das? Jetzt komme ich in andere Ebenen rein, glaube ich. Du kannst zaubern. Nicht nett. Nicht nett. Boah, sind hier viele. Oh! Hä, du bist auch hier? Was macht ihr denn hier? Warum sind die kleinen Goblins jetzt hier? What the fuck? Wo kommen die hier her? Was? Die niedrigen Soldaten gönnest du Schatten, Miliz. Das ist eine Gnade. Und ein NPC? Hallo? Ah, Freya. Oh, ich glaube sie blockiert einen Geheimgang. Oder so. Ich glaube, da kann man rein, wenn sie nicht da wäre. Ich überlege gerade, ob ich zu Ansbach zurückgehe. Er war doch hier unten, oder? Hatten wir Ansbach nicht mal getroffen? Oder hat man nur über Ansbach geredet? So bisher. Ansbach haben wir auf jeden Fall schon mal gehört. Aber ich glaube, Ansbach ist nix nirgendswo. Nix da. Vielleicht finden wir Ansbach hier noch. Oh nein. Wo kommst du denn her? Ganz schlecht gerade, was hier passiert. Die geben so viel Rune, ne? Sind aber auch böse Gegner. Hä? Er ist Gott? Alle davor und danach sterben, aber er... Ach, das ist sie da oben. Ich dachte schon, hä, warum ist denn jetzt hier schon wieder ein NPC? Hi. 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 Wieso zauberst du jetzt? Wieso muss das so enden? Bäh. Ich will doch nur nicht, dass er sich umdreht. Bei mir ist das ne unangenehme Version von denen, die hat so zwei Klingen. Schnauze da oben! Geister-Kalkulus. Feuer-Ritter-Beinschutz. Uh. Jeder einzelne Ritter stammte aus einer angesehenen Familie der Oberschicht des Erdenbaums, wurde jedoch nach dem Treuespur und der Anerkennung Messmas als Meister gemieden und aus der Heimat verjagt. Springen versuchen, ja, du versuchst mal gar nichts hier. Casaversion. atula. 1 in Mulatt. 2 in Mulatt. 4 in Mulatt. аров- windBill. Der Tod. Oh, boy. Oh, mein Gott. Halt die Schnauze, Freya. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn du anfängst zu labern. Ich denke immer, was geht ab. Oh nein, eine Marika-Statue. Den starken Feind meiden wir erstmal. Feier! Was ist denn mit der Frau? Das ist ein neuer. Ich glaube, das ist ein krasser Ficker. Scheiße. Und ich darf meine Mimik nicht rufen, ich bin alleine. Ich habe keinen, der ablenkt. Na gut. Oh, fuck, sie kommen schon. Warte, ich bin noch nicht fertig. Hi. Hast du leuchtende Augen? Bitte sag nicht, dass du auch noch leuchtende Augen hast. Ach du Scheiße. Du hast leuchtende Augen, ich kotze. Oh, mein Gott. Verbessert Feuerritter-Talente. Helm von Kot, den Kapitän der Feuerritter. Darauf thront eine geflügelte Schlange. Die geflügelte Schlange ist die Symbolfigur von Messner. Messner. Ja. Militärkräften, sie fungiert als weiser Freund, der die böse Schlange zügelt und ihre Macht unter Kontrolle hält. Klammelspeer, das, was sie gerade gemacht hat. Oder R. Sollte, glaube ich, ein R sein. Laut Text war es ein R. Oh. Oh, Dennis, wie läuft's unten? Oder bist du nicht mehr unten? 100k hätte ich. 100k. Ich glaube, das reicht nicht. Ich bin jetzt auf, bin unten in der Anrichtung, bin jetzt auf dem Dach. Oh, oh, ich glaube, das ist ein Bossraum. Nein. Ich wollte nicht. Ich habe Angst. Ich will nicht. Nein. Ich bin jetzt auf dem Dach. Ich bin jetzt auf dem Dach. Es ist zu war, wenn ich das habe. Drei Card bist du's? Mutter. W Bri card bist du's? Sanction in one so bereft of life. Yet. Oh. My purpose standeth unchanged. Oh. Those stripped of the grace of the gold shall all meet death. In the embrace of Mesma's flame. I don't want to. Hello Mesma. I don't want to. Why is... Why is... Why is this here? I don't want to. Ich gehe woanders hin. Gut. Ich glaube, wir wissen, wo es weitergeht. Wir gehen woanders hin. Ja, schön. Großartig. Oder? Versuche ich es nochmal? Ach komm. Alter. Ai, 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 ai. Alter. Alter. Hallo Toplornia. Ne, das sollte nicht der Endboss sein, glaube ich. Dafür wäre die Gebiete noch zu groß. What? Meine Mimikers hier zu hart, ne? Ich glaube, für den bin ich noch nicht ready. Aber der hat geile Moves. Ich kriege aber leichte Malenia-Vibes bei ihm. Mag an den roten Haaren liegen. Und dann ist es hier runter gehüpft und hat sich dann den Weg hier gegönnt. Dass die scheiß Zauber jetzt umdrehen können und quasi perfect Homing haben, ne? Das ist auch so ein Ding. Das ist auch so ein Ding. Das ist ein Aufzug. Ja, das war klar. Habe ich irgendwie mit gerechnet, aber irgendwie habe ich es ignoriert. Das ist auch so. Das ist immer so unfair. Okay, du springst über den Gegner drüber und triffst nicht. Aber die Gegner, wenn sie über dich drüber springen, drehen sich perfekt in der Luft und hitten dich. Es ist immer so dumm. Hast du verdient. Dann kann man die schon mal backstabben. Bestes Gefühl. Okay. was ein unnötiger Raum ach du bist ein Ent ich hätte dich fast gehauen könnt ihr nicht euch ein paar leuchtendere Farben anziehen damit man euch besser sieht Moog ist kaputt du brauchst dem nicht mehr dienen ihm vom Freijahrsentscheidungen berichten ich hätte ihn halt echt fast gehauen aus Reflex Freya hat sich ja wenigstens zu hat sich wenigstens gemeldet so nach dem Motto ey ich bin hier hat dann zwar nicht mehr damit aufgehört aber sie hat es getan oh nein wo kommst du denn her warum geht der hier spazieren ich habe mich gesehen ich hoffe gerade dass ich den da durchlaufen sehe durch diese Lücke da hinter mir weil ich höre ihn weglaufen glaube ich ja alter ach du läufst im Kreis oder ja ja nicht mehr auf Gut, haben wir dann jetzt hier alles gecleared. Ich habe den Überblick verloren. Von da kam ich. Da geht's hoch. Hier lagen Steine. Und hier ist kein Weg. Okay, dann gehen wir mal hoch. Da sind viele Gegner. Da liegt nur ein Item. Oh, fuck. Das sind Magier. Die sehen dich und zaubern und spammen ihren Zauber, bis sie irgendwann mal treffen. Aber kommen tun sie nicht. Oh, fuck. Das war's. Habe ich jetzt alles hier? Da liegt nichts mehr. Da geht's wieder hoch. Wenn man's zaubert. Au. Musik ist hier immer so bedrohlich die ganze Zeit, ey. Ob ich dauerhaft in Gefahr wäre? Wer weiß, vielleicht bin ich das auch. Ich meine, ich habe jetzt zwei Bosse gefunden, wo ich kein Land sehe. Ja, es sieht wirklich so aus, als ob das aufgehen würde. Dahinter ist auch was. What the fuck? Dahinter ist was. Ist hier mal ein Schalter? Gott, hier einen Schalter zu sehen ist auch so pain. Oder kann man da reinspringen vielleicht? In manche Sachen kann man ja rein... Das ist hier, ne? Ja, der Raum ist das. Aber Blitzdrachentalisman 3. Ja, wir haben nicht mal die Hälfte der Map gesehen. Das ist nicht der Endboss. Jetzt gibt's hier zwei Aufzüge. Das ist doch schon wieder Trigger. Ja, aber in dem Trailer wirst du nicht den Endboss vom Spiel sehen. Das wäre ja komplett dumm. Da braucht ja keiner mehr das Spiel spielen. Er macht hier einen Market Move, dass er eine Attrappe geschickt hat, meinst du? Dass das gar nicht der echte ist. Möglich. Dass das gar nicht der echte Messmer ist. Ich bin zumcem. Das soll ich nicht erheblich. Ich bin versuchte. Das soll ich nicht erheblich. Ich bin weg, dass das Ganze number dass ich das nicht erheblich hatte. Ja. Ich bin mit mir weiter. Ich bin jetzt aber noch ein bisschen Was macht ihr hier? Warum seid ihr auf einmal hier? Wie ist das jetzt passiert? Oh. Weiß ja nicht, ob ich es hier unten schöner finde als oben. Ich glaube, ich will wieder hoch. Die wären so viel creepier, wenn die Mama sagen würden oder so. Oder so Baby-Geräusche machen würden. Oh. Handbuch des Militärpriesters. Let's go. War klar. Schon süß, wie die sich freuen, wenn sie einen sehen. Ein bisschen wie ein Haustier. Also wieder aufhören zu kotzen. Die kleinen Töpf-Topfis, die sind immer so süß. Die freuen sich immer so, wenn sie auch laufen so glücklich rum. Schön, Dennis. Mr. Magier. Jetzt sagt er, ich habe keine Magie benutzt. Ich habe nur das Katana benutzt. Das große blaue Leuchten, das über die gesamte Map schlägt vielleicht. Das magische. Ich habe ihn aber auch noch nicht oft genug probiert. Ich weiß gar nicht, auf wie viel AP hatte ich ihn? Hatte ich ihn auch schon half? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Ihhh. Ihhh. Ich stich eklig hier. Hä? Was ist das? Was ist das? Was war das? Was war das? Hallo, Qubi. Ach, er zaubert. Das ist so ein Zauberscheißvieh, oder was? Könnte das Blutscheißzeug mal weggehen? Was ist das? Jetzt können die auch noch zaubern. Iris der Gnade auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Oh? Vielleicht. Ich weiß, wer das haben wollen würde. Ich habe da so einen wimmernden Boy oben liegen. Wer hat da vielleicht Bock drauf? Stoff. Nice try. Ihr seid zu laut. Man hört euch vorher. Das sieht nach dem Bossraum aus. Aber keine Gnade, Feuer. Das ist frech. Kleinen Topf. Wie ist die? Die freuen sich immer so. Guck mal, ja! Spiele! Oh oh, Mama-Tropf ist am Start. Hab ich doch grad richtig gesehen. Da war doch grad ein großer Topf, der sich bewegt, oder? Nee, hab ich falsch geguckt. Da ist ne Gnade. Wo ist die Falle, die mich jetzt tötet? Wie schnell Dennis jetzt auch dann oben war, ne? Da ist ein Boss... Dennis oben. Ja. 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 Bye. God damn it. 30k fehlen. Aber die Töpfe sind jetzt wieder da. Ja. Ich will die Runen jetzt endlich mal für ein Level benutzen, damit sie nicht gleich wieder weg sind, weil wenn hinter der Tür ein Boss ist, sind die Runen safe wieder weg, weil ich die dann nur mit einem Opferzweig rauskriegen würde. Oder halt jedes Mal daran denke, die aufzuheben. Ich finde so viele Runen verloren in dem DLC wegen den Bossen. Einmal noch. Wieso hat der eine Topf 9000 gegeben, weil das einer mit goldenen Augen und man hat es nicht gesehen? Lustig, der eine Topf hat vorhin irgendwie 9000 Runen gegeben. Muss einer mit goldenen Augen gewesen sein und weil die keine Augen haben, sieht man es nicht. Geht man durch die große oder durch die kleine Tür? Wahrscheinlich durch die kleine. Die große geht eh wieder nicht auf. Wenn. Also Gegnervielfalt kann man in dem Gebiet nicht meckern. Da ist ja alles dabei. Magier. Kleine Magier. Fledermäuse. Töpfe. Mutanten. Innenleben von Töpfen. Warum regnet es Feuer? Was war das jetzt bitte? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Kurz halten. Scheiße. Siebter Versuch. Okay, ich habe zwei gehabt gerade. Also habe ich noch fünf offen. Epischster Fight bisher. Das glaube ich. Gut, dass ich die Level reingesetzt habe. Könnte keiner ahnen, dass es auf einmal hier Lava regnet. Danneselung. Gut. 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 Oh, das war nicht so geplant. Aber ist cool, funktioniert. Kannst du mal... Also wirklich. Was ist denn mit dir? Sehen wir da nix. Zu dunkel. Kapuze von Salza, dem Weisen, der Feuerritter. Hast du Messmann jetzt mit dem Großkatana gelegt? Das war dann... Ich fühle mich mit dem Großkatana noch nicht wohl, weil das so langsam ist. Oder hast du das Dual-Katana hier genommen, die Stabwaffe? No Mimic, No Nothing. Ach, jetzt wollte Dennis aber auf die Kacke hauen. Das ist ein schönes Gebiet. Hä? Wieso macht dein Blutkatana eigentlich 143 Bluten? Wie hast du das hochgekriegt? Mit Arcana? Wahrscheinlich, ne? Das ist ein schönes Gebiet. Ich mag das. Ich mag's doch nicht. Scheißgebiet. Das ist ein schönes Gebiet. Das ist echt tief. Moin, ihr seid nervig, Alter. Ollo. Ich hab keine Ausdauer. Ach, ey. Ach, ey. Rau? Ja, rau waren die Ruinen auf jeden Fall. Das kannst du mir sagen. Er war ganz schön rau da drin. Hey, Dennis, dachte, sagst du, als ob du den Fahrstuhl runternimmst und dann ist er direkt ein Boss? Ich laufe durch Gebiet und bin ich am Boss vorbei oder kommt der noch? Dennis, ultra fast durch Gebiete irgendwie. Hier ist ein Aufzug. Oh, hi. Oh. 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 Du, ich bin immer den Weg gefolgt. Oh, scheiße, das sind viele und einer kann zaubern. Wo war der Schweinereiterkommandant? Äh, nach oben. Nach oben, um dann mit einem Aufzug nach unten zu fahren. Ja, es war so, Dennis. Was soll ich sagen? Was passiert da? Wieso könnt ihr Murkzauber? Ach, du Scheiße. Also, wenn du den Schweinereiterkommandanten jetzt irgendwie in drei Versuchen machst, dann weiß ich nicht. Finde ich frech dann. Weil der war frech. Von dem konntest du nicht mal wegreiten, obwohl du das Pferd benutzen durftest. Aber ist okay, wenn ich die Bosse finde, kann ich die nach und nach abarbeiten. Lasst mich raten, was diese Nachricht ist. Versucht Finger. Oh, was eine Überraschung. Oh, was eine Überraschung. Der Boss ist quasi... Oh Gott, bin ich weit weg? Wo? Hä, wie bin ich denn? Alter, hier ist der Boss. Oh, vielleicht sollt ihr nochmal mit Freya reden, jetzt wo ich mit Ansbach geredet hab. Ja. Freya einfach insane. Oh, ich hab einen Lore-Punkt gefunden. Hm, ich glaub, ich soll runter. Ich will aber nicht runter. Tutel! 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 Hund! Ja. Tutel! Warum immer Klippe? Ja, frag ich mich auch. Ich will da rüber. Ist das ein Schiff? Ne, ist nur eine Klippe, die aussieht wie ein Schiff. Oh nein! Nein, 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 nein! Are you, Boss? Ey, auf dir reitet der Kommandant. Raunest, wisst? Okay, ich mach erst mal den... Ich mach erst mal das Reittier ohne Kommandant. Das ist, glaub ich, gut. Dann gucken wir mal. Natürlich kannst du... Alter, ruckelt das hier, das Gebiet. Kommt ein zweiter? Was war das? Warum machst du nix? Der hat aber unangenehme Zähne. What the fuck? What the fuck? Es ruckelt wie Sau hier. Oh, es gab ein Fragment. Nice. 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 Jetzt kann man da wieder hoch. Aber hä? Als ob hier nicht mehr ist. ein paar angekaute Bäume von dem Vieh. Da kam ich her. Vielleicht komm ich da doch drauf. Boah, das sah nicht so danach aus. Als ob das dafür gemacht wäre, mit Torrent hier lang zu gehen. Bin ich der Erste, der hier ist? Bringt noch nix. Schade. Kommt man hier runter irgendwo? Wer ist das da unten? Wieso wartet der da so episch? Was ist das schon wieder? Oh oh. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir sterben, wenn unser Pferd stirbt. Unser Pferd bricht sich doch die Beine, nicht wir. Da war der Aufzug, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Da will sich ja noch reden. Ich glaube nicht. Dass Ra'u zu diesem Shadow Tree führen soll. Ne, wir haben Story Speed Run. Ist das so? Na, was kann ich dafür, wenn ich die Gebiete finde? Ich laufe irgendwo hin und bin woanders. Und dann sagte Dennis, ja, wenn du runter gehst, ist da ein Boss. Dann gehe ich da lang und bin ganz woanders. Und Dennis denkt sich, oh, wie ist er wieder da hingekommen? Und ich denke mir, ja, wie bin ich hier bloß hingekommen? Desmond, der Mondbär. So fühle ich mich. Okay. Schlechter Suchen. Oh shit, die geht auf. Oh shit, die geht auf. So, was, wo bin ich hier wieder? Da ist noch eine Tür. Oh shit. Sind das Schneckis? Sind das Schneckis? Da kann man runterspringen, da bläst Wind hoch. Und warum sind jetzt hier Fruchtfliegen? Nee, Bossnebel sieht hier anders aus. Asi schon. Asi schon. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Da unten war eine Gnade. Ich will also runter. Ich habe den Skorpion gesehen. Hä? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das waren Skorpione, ne? Skorpion Asche, Spinnenskorpion Asche. Uh, jetzt können wir uns so ein eigenes Spinnenskorpion casten. Shit. Einfach so ein Riesenfieh in der Arena stellen. Vielleicht machen wir das sogar mal. Hallo. Da ist noch ein Loch. Oh mein Gott. What the fuck ist das denn für eine Highspeed-Krabbe? Skorpion. Ah, here I am. Rock me like a hurricane. Ich passe nicht durch. Okay. Oh Gott. Wie kommen wir da hoch? Ah. Schattenreiche, Runde 7. Perfekt, danke. Einfach durchrasen durch das Gebiet. Oh nein. Mustert. Überhaupt nicht laut, was wir hier machen. Kriegsasche, Trockenblatt, Wirbelwind. Uh. Nachricht von Dane. Wir haben den Siegelbaum direkt vorausgefunden. Aber wenn wir ihn verbrennen wollen, brauchen wir den richtigen Zunder. Messmas-Zunder. Dennis hat ihn schon. Ja, den hab ich. Soll ich rumkommen? Bring mal rum. Wir brauchen Zunder. Sei unsere Maiden. Sei unsere Maid, die sich anzündet. Oh nee. Apropos anzünden, Freunde. Wir sammeln nur Stuff für ein geiles Grillfest. Ja. Oh shit, die Brücke endet hier. Und runter. Gut, dass die Brücke... Gut. War ne gute Idee, runter zu gehen. Kann ich den haben? Oh, lag da was im Busch? Nein. Hi. 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 Ich will nur gucken. Ich hab immer noch keinen einzigen davon besiegt, ne? Oh, nice. Wo ich schon jetzt überall war? Wie bin ich denn jetzt schon wieder hier gekommen? What the fuck? Aber vielleicht krieg ich die Map jetzt. Ne, glaube nicht. Die wird irgendwo da hinten liegen. Was war das? Flummis. Gibt mir die ganzen Fragmente, damit ich stärker werde. Oh nee. Oh nee. Warte. Will nur das haben. Danke. 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 Oh, von hier kann man in den Topf springen. Ich lauf schon wieder vor. Oh. Ich bin tot. Da kann ich nicht dodgen. Ja. Ih, die sind ja voll rot. Okay, kurze Pinkelpause, Chat. Hier müssen wir da unseren richtigen Pfad finden. Aber ich mache jetzt erstmal eine kurze Pinkelpause. Bin gleich wieder da. Ich schalte auch drei Minuten Werbung. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Ach ja, es gab, Untertitelung des ZDF, 2020 What the fuck? Handschuhe der Schattenmiliz, Millionäre Ich betreibe Modellbau hier Hi Boah, ich glaube ohne die Scooter-Baum-Sachen Oder Skado-Baums Ich müsste eigentlich mal in die normale Welt gehen Bei der nächsten Genade und gucken, wie krass Die Stats sich ändern, wenn man diesen Skado-Baum-Buff Nicht hat Also, wenn man den nicht hat Ich glaube, das ist schon crazy, wie viel mehr man kriegt Im Level-Up-Screen siehst du die normalen Werte Ah, okay Ich vermisse ein bisschen Nessie Was ist mit unserem Nessie passiert eigentlich? Vor allem das ganze Gebiet Das Wasser verschwindet ja anscheinend Vielleicht verschwindet das Wasser, wenn man Mesma besiegt Dennis, ist dein Wasser verschwunden, wenn du Mesma besiegst? Hat er das alles abgefackelt und es verdunstet? Ich bin bei Pumba, schauen wir mal Das ist ja nicht nur Pumba Das, was drauf sitzt, ist das Problem Oh, fuck Ihr macht das schon Hat meine Mimik echt gut gemacht Goldener Spur Nicht von dieser Seite zu öffnen Oh Ja, war klar Hat er mich gesehen und kommt er jetzt? Oder Als war mir irgendwie klar, dass ich die rechts nicht ungestört angreifen darf Wäre zu einfach Kuckuck Als ob du nicht hier hinkommst Ja, guckt nicht, kommt Was seid ihr für Wachen? Also es ist ganz schlecht, was hier gerade passiert Ciao Falscher Trank Natürlich kannst du in der Luft schweben Klar Oh ja, da will ich unbedingt runterspringen Ich Nice trap Ich gehe jetzt rein Ja, da will ich auch mal Ich gehe jetzt mal Wir sind ein bisschen Laatm Ich gehe dir Und dann Falscher Trank Und dann Ich gehe dir Ich gehe dir Das war's. Oh, shit. Oh, Gott. Ich bin wieder weg. Ich will in den anderen Raum mich kurz halten. Ich will in den anderen Raum mich kurz halten. Ich will in den anderen Raum mich kurz halten. Ja, stimmt. Hast du beritten versucht oder zu Fuß? Und hast geübt, ihm auszuweichen. Ich hab das Ausweichen halt nicht hingekriegt bei ihm. Das ist der Killer. So, reiten? Keine Chance gehabt. Aber rollen war ja auch kein Problem. Also, war ein Problem. Der hat mich immer gehittet. Warst du eh schon fast unten. Gibt ja noch nicht so viel Mühe. So, was ist völlig unvorstellbar. Man hat uns nicht zurückgelassen. Mesma ist Königin Marikas Sohn. Ihre Gnaden würde niemals ihr eigenes Fleisch und Blut verlassen. Ich glaube, ich hab den Boss gefunden. Das ist mal ein Scheißweg hierhin. Billy. Goldenes Nilpferd. Das war ein... Es hat Flügel. Okay, nennen wir es Flügel. Es sind keine Flügel. Es sind... Es ist ein Stachelnilpferd. Oh, der Weg dahin ist aber scheiße. Hab ich ne Gnade verpasst? Ja, ein beschissener Weg. Ich muss ja ne Gnade verpasst haben. Der Weg war ja komplett beschissen. Das war's. Was ist das denn für ein Angriff? Oh, ich kann da runter. Stimmt. Nein! Das macht den Weg nicht besser. Jetzt sollte ich mal den Innenhof hüpfen. Vielleicht ist da irgendwo eine Gnade. Ich schicke den Aufzug gleich direkt wieder hoch. Force, please. Aber den Aufzug hochzuschicken ist echt... Schon wieder... Wieso sind die Aufzüge so groß in dem Game? Den muss ich killen. Wenn ich den leben lasse, dann verfolgt mich bis an mein Lebensende. Oh-oh. Können wir eigentlich auch gleich mal gucken, wenn wir jetzt eh schon gestorben sind. Was ist denn links an der Leiter? Und was ist denn links an der Leiter? Ein Gemälder. Wieso sind die Leitern in diesem Spiel so lang? Da-da-da-da. Die Nachrichten haben auch was Schönes. Da sieht man, dass man nicht der einzige Doofe ist, der das alles abläuft. Vorsicht vom Moor. Danke. Okay. Okay. Nicht mit mir, Kollege. Oh, warte. Hier geht's ja auch noch runter. Hä? Moment, ist das... Wait. Ist das der Shortcut zum goldenen Nilpferd? Frechheit. Au. Der Weg ist so scheiße. Ich muss doch irgendwo eine Gnade übersehen haben, oder? Dein Scheißernst? Du bist runtergekommen? Au. So viel Motivation musst du als einfacher Gegner auch erstmal haben. Überraschung? Schenkungstalisman des Herren des Herrn verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche Oh lol, das ist ja komplett der Shortcut zum Nilpferd LOL, okay Du kannst das ja alles sparen Okay Macht's ein bisschen besser Ich hab Angst, dass von rechts noch einer rauskommt Moment, stehst du mit dem Rücken zu mir? LOL Das ist ja Premium Helm der Schwarzen Ritter Oh, ich hab richtig Glück Ich hab richtig die Ausrüstung von denen gedroppt Zweite Mal sogar schon Ein fauliger Gestank lässt dir nicht mehr los Das ist so ein Helm, den willst du doch anziehen Da hast du richtig Bock drauf Auf dich hab ich auch keinen Bock Oh, da hinten liegt bestimmt irgendwas tolles, oder? Nee, da liegt gar nix Doch, da liegt was Scheiße Gut, dass ihn das nicht juckt Oh doch, juckt ihn Er ist wieder umgedreht Oh, wie ist er wieder umgedreht? Wow Wow Das haben die extra gemacht Das haben die so extra gemacht Schmiedestein 1 Legen sie da hin Wieso hier keine Gnade? Wieso? Es wär so schön Hat man schon wieder keinen Bock auf den Boss Weil der Weg so doof ist Mann Ich hoffe, der chillt jetzt nicht vor der Tür Und ich hab noch Zeit, meine Mimic zu rufen Hä? Wieso darf ich nicht rein? Hä? Ähm Hallo? Ich darf zum Boss nicht rein? Ich darf 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 nicht rein? Darf ich jetzt rein? Oder muss ich erst mit ihm hier reden? Hä? Da war kein Tor oder so. Das war einfach offen. Oder war es ein Tor? Nee. Hab ich das aufgemacht? Und selbst wenn, ist es jetzt offen. Nice try. Dennis! Wieso machst du Spoiler rein? Muss ich rausklicken. Ich bin gestorben. Wieso darf ich beim Boss nicht mehr rein? Ich hätte gern Nilpferd zum Abendessen, aber ich darf beim Nilpferd nicht mehr rein. Ich habe gerade einmal das Game verlassen. Oh, ist hier eine Tür. Oh, die Arme habe ich jetzt auch von denen. Geh mal hier runter. Aber die Tür ist ja zu. Da wollen die ja eh nicht, dass du lang gehst. Schrägen in dem Game sind so broken, ne? Die Tür wurde aufgereien. Wie ist denn? Hast du gemerkt? burnt markiert. Was ist das so maps? Oh ja. Hast du gemerkt? Hast du llevend? Hast du gemerkt? Hast du dem? Hast du gemerkt? Ich habe hier. Ah, jetzt dauert sie da ewig, bis das Spiel angehalten ist. Ja, okay, Divi. Divi spielt an den Füßen noch mit dem Steam Deck ihren zweiten Save-Game und mit den anderen drei, weiß ich nicht. Steam ist immer so wild. Die Tür war nie auf. Ich bin ja nie da durchgegangen. Ich bin durch den anderen Eingang rein. Ich bin quasi durch die Hintertür. Habe ich damit den Boss verpackt? Hätte ich da auch durchgekonnt? Ich bin ja rechts rum. Ich bin nicht die Treppe runter und die Tür aufgemacht, um zum Boss zu kommen. Ich bin an dieser Kreuzung rechts rum den ganzen Weg gegangen und dann beim Boss gelandet. Ich bin nicht durch diese Tür gegangen. Ich bin nicht nach vorne. Ich bin nichtı. Oh Gott, ey, es kann doch nicht sein, dass wenn ich einen anderen Eingang zum Boss nehme, dass alle wie, oh, das ist doch wieder, wieso, wieso? Ich habe mich ausgesperrt, ich darf diesen Boss nicht machen. Wenn du den Weg meinst, den ich jetzt eh gehe, hilft der mir nicht. Durch den Weg bin ich ja gekommen. Hier bin ich rein, offiziell. Hier. Ja. Geil. Ich finde alle Bugs. Was ist denn Fake Raya Lucaria? Wo muss ich denn für Fake Raya Lucaria hin? Das Magic Castle mit der Zwillingsschwerttante. Ah, ja. Okay, ja. Einfach den Weg entlang reiten. Da bin ich nach dem Boss raus. Ja, vielleicht kann man den Boss auch direkt machen. So, was? Alter, ist das riesig. Kein Wunder. Da, über die Brücke bin ich gegangen. Lol. Ja, okay, cool. Und ganz oben wartet Mesmer. Schön. Sein Vorname war Reinhold. Kommt, also als ob da noch keiner dran gedacht hat. Kommt, also hier was wird Alwayser Raya Lucaria sein. Oh, ja. Wie ist das noch ein Problem? , Double ist jetzt ed wobei auch ein Problem. Ist hier ne Gnade? Ah fuck, vielleicht war ich vom Schloss ne Gnade gewesen, die ich wieder übersehen hab. Ah, hier ist ein, ja guck mal, warte, wenn ich jetzt hier rein kann, oh Gott sei Dank, wie dumm. Und hier ist auch richtig chillig ne Gnade und ich geh von hinten, ah, ich find natürlich den Boss von hinten, also ich geh von hinten an den Boss ran, also das ist ja schrecklich. Hallo Piggy, oh Gott, ich hab zu spät gedrückt. Ich bin kein Essen. Nein. Die dachten aber nicht, dass wir das Schloss andersrum klären. Ja, wir sind besonders. Würde mich gerne heilen. Au, soviel dazu. Wie hab ich Damage gekriegt? Genau, ich glaube, es hat ihn dumm. Ja, also... Wie soll ich denn riechen, dass du auf mich gehst? Was war das denn wieder für eine Bewegung, bitte? Aber machbar. Machbar. Vor allem ist das so viel angenehmer, wenn du direkt eine Gnade vor dem Boss hast, ey. Scheiße, wieder zu spät. Ich bin tot. Ach Blythe, mit dir waren das noch schöne Zeiten. Jetzt muss ich mich mit goldenen Nilpferden rumschlagen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, Mimik, mach ihn schnell, bitte Mimik Hau doch drauf Ich seh nix Bin tot Oh nee, er geht auf Mimik, Gott sei Dank Was ist das für ein Move? Okay, danke Oh Ah Aspekt Okay Nur da kam ich her Wait, wo ist denn die Tür, wo man durch kann? Angeblich Hä? Warum ist der Boss Nebel vor so ner Da, oder? Na du mess mein Pork Oh wa Dann bleibt die für immer zu Mir doch egal Ah Nur von dieser Seite Nicht von dieser Seite aus zu öffnen Fuck Alter Das Spiel, ne? Ich bin doch schon drin Das, was du verschließen sollst Hab ich doch schon geöffnet Ah fuck Die verkaufen nix Bin grad zuvor Meine ganzen Runen so zu essen Wir haben 603 Also warte 605 bei Waffe R1 So, warte Ja, jetzt muss ich in die andere Welt wieder rein 605 bei Waffe R1 Äh Oh, ich will Ich will Pork nicht machen Und 877 mit den Skado-Baum Alter Gibt das viel extra drauf Ey Eieiei Und trotzdem machst du eigentlich nur Normal-Damage Das ist halt schon hart Ich krieg das Timing nicht hin Bei dem zu rollen Ich krieg es nicht hin Er hittet mich so viel früher Als ich denke Kann man bei ihm nicht rollen Ist das der Trick Reicht eine Mid-Roll nicht aus? Braucht man eine Light-Roll oder was? Okay, wie ich das überlebt hab, weiß ich nicht Ey, das wird nicht mein Boss Das wird nicht mein Boss Ja, jetzt Ja, keine Chance. Ey, selbst wenn ich Gas gebe, um von ihm wegzukommen, er hat so einen krassen Wendekreis, er kriegt dich trotzdem. Geil. Ey, was ist das? Es kann halt nicht angehen, wenn ich über ihn drüber springe, dass er instant einen 180 macht und mich hindert. Es geht nicht. Kann es nicht bringen. Ach, ich drücke immer zu früh. Ja, okay. Äh, was ist denn das? Oh, ist klar. Das wird nicht mein Boss. Das, äh, ne, wird's nicht. Den finde ich komplett schrecklich. Ich weiß nicht, wann ich rollen soll, damit mich das nicht hittet. Ich weiß es nicht. Ich krieg die Rolle nicht hin, dass mich das nicht hittet. Kann ich in dich reinrollen? Ja, vielleicht, wenn man das Timing anpasst. Ja, wie viel denn noch? Oh, er trifft auch immer. Es ist egal, wo du stehst. Es ist unglaublich. Als ob er einen Auto-Aim hat. Also wirklich. Es ist egal, wo du bist. Er trifft dich. Okay. Das ist der Trick. Aber... Okay. Jetzt mach mal einen Stierkampf draus. Okay, vielleicht auch nicht. Was sind das auch für Bewegungen, die er macht. Aber du musst auch perfekt... Du musst perfekt springen. Wenn dich die Hinterpfoten noch erwischen, kriegst du so viel Damage ins Gesicht. Alter. Ich hasse ihn. Ich hab nichts gesehen wegen dem Nebel. Scheiße. Aber den Stand möchte ich so hinkriegen. Ich möchte die Mimic rufen und dann einmal durch und durch rollen. Und dann in der Hoffnung, dass die Mimic ihn ablenkt. Mimic, lenke ihn bitte ab. Mimic! Mimic! Schneller! Nee, ich möchte keinen Typ. Ich möchte weinen. Ich möchte mich gleich... Ah! Wisst ihr, was wir vorher Schönes machen können? Das ausprobieren. Scheiße. Oh Gott. Wie komme ich denn zu ihm nochmal hin? War das von hier? Einfach, weil ich mich drücken will. War das hier runter? Oder war das hoch? Nee, oben ist... Nee, runter. Ja. Hat... mir dieser Red Mage gerade 40k Seelen gegeben? Habe ich das richtig gesehen? 40k? Der gibt wirklich... Ah, nee. Vielleicht war das einer mit leuchtenden Augen. Wo war denn Feuerbruder Quieling? Wo war der? Der lag irgendwo weinend. Muss irgendwie da rüber kommen. War das von hier? Darüber? Da oben war doch ein Boss, oder? Das war doch der Weg zum Boss. Ah, nee. Da war da... Nee, warte. Hier bin ich vorhin runtergesprungen. Wie kam ich denn da rüber? Scheiße. Ach, als ob ich mir merke, wo der war. Wie ich da hochfahre? War der da vor? Wir kochen gleich beim Wildschauen weiter. Aber bevor ich's vergesse... Ich vergesse so NPC Sachen nämlich richtig oft. Ich will das ausprobieren mit der... Mit der Linse bei ihm. Der war bevor man ins Lagerhaus kommt. War das so? Also muss ich eigentlich unten aus dem Lagerhaus raus? Oh. Knapp. Aber den haben wir doch voll... Haben wir den nicht voll spät hier drin gefunden? Wenn ich mich auf den Aufzug stelle, kriege ich noch ein Item. Wenn ich sterben will, kämpfe ich weiter gegen ihn. Bin tot. Ich hätte überlebt. Wenn er kein Auto-Aim hätte. Ich hätte überlebt. Vor dem Lagerhaus... Hier war der... Hier ist dieser... Genau, hier ist dieser Circle. Mit dem... Wurmvieh drin. Äh... Das war hier aufs Dach springen. Hier auf die Mauer. Hier nach oben. Hier ist ein Red Mage. Und hier ist ein Red Mage. Hier ist ein Red Mage. Hier bebt es wieder, weil Mr. Earth... Da ist er! Ui! Jetzt hab ich ihn richtig gesehen. Weil Mr. Earthry sich denkt, ich muss hier einmal Stress machen. Äh... Stimmt, hier war das irgendwo. Ja, genau hier! Da in dem Raum, glaub ich. Hallo! Oh. Ah-ha! Ah! 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 Jetzt kann ich ihn casten! Ah! 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 Ist eine Asche mittlerweile besser als unsere Mimik. Safe! Aber wir... Man will's nicht ausprobieren, weil so viele immer... Der war schon krass! Der war schon ein krasser Ficker. Er aber auch. Nein, nicht für Pork. Äh, generell. Nein, nicht für Pork. Äh, generell. Ei... Holy shit, ist das teuer. Scheiße. Mal doppelte Waffen verkaufen hier. Ist besser, wenn man ne Waffe sucht. Und ich brauch Geld. Gott, bei Rüstung, ey. Guck mal, das hat uns... Das hat uns Alexander gegeben und das haben wir im DLC bekommen. Hmmm... Guck mal. Da ist die ganze Zeit... Mh... Guck mal. Also das Re-Color von der Wenn du das so im Menü siehst, siehst du keinen Unterschied Du musst wirklich auch mal aufs Bild gucken oder auf den Namen Das ist insane Scheiße, ist das teuer Warum ist denn die so teuer Wieso sind meine Mates hier so teuer Wieso werde ich so ausgenommen wie so eine Weihnachtsgans Wieso arbeiten die nicht günstiger Hallo, wir sind in einer Notsituation Wie schön wäre das Leben, wenn ihr was bezahlen müsstet Ihr geht irgendwie auf eine Klippe, schwingt einmal ein Schwert Und kriegt auf einmal 35.000 Wie einfach wäre das Leben, Chat Alter, du bist teurer als mein Schmied Roderica, dafür, dass wir dich gerettet haben Ist das dir ganz schön undankbar Ganz schön undankbar, die Gude Weißt du, wir haben dich aufgenommen Hier in der Tafelrundfeste Gerettet haben wir dich Und das ist der Dank Soll ich mein Auge zudrücken Schreib's auf den Deckel Wenigstens Boah, ich geh immer falsch Alter Der war ganz schön teuer, der Gude Der muss gut sein Wehe, der ist nicht gut Äh, ich suche den Ort immer wieder Wo war das jetzt? Da Wie er da hinten schon steht Ach, wird er zu früh gedrückt Zu spät Hat auch die falsche Waffe dabei Der Kampf stand nicht unterm guten Schwert Also ich hab Dieser eine Schritt, den man nach vorne machen muss Du kannst sonst bei jedem Boss instant eine Beschwörung machen Oder sonst was Aber hier musst du wirklich diesen einen Step nach vorne machen Der bringt dich so raus Vor allem reicht es dann zeitlich fast nicht mehr Ja, okay Ich glaub, meine Mimik ist besser Ja, ich glaub schon Ich glaub, meine Mimik wär besser Alter, wurde der verprügelt Äh, warte mal So Zu spät Ich hab, also Wieso ist denn seine Seine Hitbox ist so groß Ich weiß, das sind seine Hörner Alter, wie viel Damage man dem Mimik instant gemacht hat, ne Alter Ich find seine Hitbox vorne so schlimm Sehr gut Es ist so ein Drecksmove Okay, wenn der so komisch zu meiner Seite reitet Will er mich mit so einem Seitenhieb Komplett wegficken Okay Es wirkt halt im ersten Moment Als ob er einfach an dir vorbeireiten will Aber will er nicht Der will dich komplett aus dem Leben kicken Ich hab gedrückt Ich find das so schwer, dem zu dodgen Dann halt so Wieso reitest du mir so krass hinterher Und wieso triffst du mich immer Ja, ich bin tot Oh Gott Wieso hat er nicht Okay Ich will nicht Ich muss eigentlich Mimik rufen Dodgen Pferd Und mich verpissen Mimik Dodge Schenden Gibt es einen Talisman, der das Fenster erweitert Von meiner Dodge Brawl Das ist ja schrecklich Dennis, gib mir mal bitte den Tipp Ich dreh sonst durch bei diesem Boss Ich finde dieses Fenster Ihm zu dodgen Ist viel zu klein Also wirklich Das hast du sonst bei keinem anderen Gegner Und bei ihm darfst du wirklich Du musst pixelperfekt dodgen Wahrscheinlich hast du nicht mal einen Dodge Tipp Sondern geht gut Spring doch Und tot Ich komm nicht weg Der ist schlimm Das ist der schlimmste Boss bisher Im gesamten Elden Ring Nicht mal Malenia hat mich so aufgeregt Also Ich finde den persönlich schlimmer als Malenia Weil Malenia kann ich wenigstens dodgen Ja, aber selbst das geht ja nicht auf Weil er mir ja dann sofort in den Nacken boxt Ja, also ja keine Ahnung Aber okay Wir haben jetzt zusammen raus Jetzt muss meine Mimik nur hinterher kommen Also ja, der jagt mich ja Also keine Ahnung Also das ist Du kannst ja nicht mal mit dem Pferd irgendwie seinen Schlägen ausweichen Hitrange ja, genau Der haut ja eigentlich Ist er ja darauf programmiert Den Charakter auf den Boden zu hauen Ich bin jetzt gerade extra hochgesprungen Weil ich denke Ja, der will mich ja eigentlich auf den Boden hauen Nee Das Schwert geht natürlich nach oben So What the fuck? Ja, okay Oh nein Ich bin runtergesprungen Ich wollte rollen Du hast nicht mehr mit dir genommen Wen hast du denn genommen? Die Wölfe Der Baum juckt ihn auch nicht Ja, ich bin tot Den Assassin Ja Obwohl das egal ist Ob du HP tradest oder nicht Wenn der dich erwischt Bist du eh tot Also Ob du einen Hit frisst oder nicht Ist eigentlich egal Also Wenn er dich hittet Bist du weg Also ich Weil dann kommst du nicht mehr weg Dann bist du in dieser In diesem Heal Teufelskreis Dass du nie wieder Irgendwie Fuß fassen kannst Ah, das ist ein schlimmer Boss Ganz schlimm Ja, ich weiß Es gibt ja nur Ich glaube, es gibt nur einen Ich habe Tisch Tisch habe ich Da Jetzt muss ich nur wieder Geld farmen Ah, das ist ein schlimmer Boss Ich wette Mesmer wird mich nie so abfacken Das ist das Schlimme Und Mesmer sollte der schlimmere Boss sein Meiner Meinung Lustig Ich kann Tisch gar nicht rufen Achso, weil ich hier keine Geister rufen kann Ich dachte gerade, weil mir FP fehlen Aber Ich darf Tisch hier einfach allgemein nicht rufen Und weil mir FP fehlten Jetzt hier mehr FP Ja Aber man muss Tisch hier auch nur einmal Casten Von daher Können wir dann noch ruhig FP fehlen Wenn die Scheißklinge es irgendwie schafft Mit Zeit zu verschaffen Bei dem Scheißschwein Können wir ruhig FP fehlen So, wir haben ja gelernt Die Gute ist echt teuer Oh, fuck Wird das Wenn ich den verbessere Verbraucht der auch mehr FP, oder? Oh, nicht, dass ich gleich zu viel FP verbrauche Wenigstens das mal ein Boss Wo du sagen kannst Magier sind hier richtig hart gebumst Weil Der hängt dir so an der Pelle Den kriegst du ja gar nicht los Also Da hast du ja gar keinen Spaß als Magier So, bis der seinen Azur-Kometen gecastet hat Das ist dem egal Da läuft der durch Oh, ich hab keine 8er Lilie mehr Schwierig Ah, dieses Kackschwein Ah, die Leute, die auf TikTok die ganzen Azur-Komet-Videos gegen Morg gepostet haben Glauben Glaub ich wirklich immer noch Dass Azur-Komet gut ist Nein Ja, ist klar Wusste nicht mal, dass der schießen kann Wusste nicht mal, warum ist der Ich dachte, du gehst auf mich. Das war's mit Tisch. Tisch hat's jetzt nicht, der Assassin hat's jetzt nicht wirklich gerissen, ne? Damage-technisch war das echt nicht, äh... War das nicht so im Knorkel, was der da gemacht hat? Da ist irgend so ein Huppel, wo man drüber reitet. Es fuckt mich komplett ab. One-Hit. Weil ich ihn grade gecastet habe, den Mimik. Schön. Ich hatte gehofft, dass er nicht sofort kommt. Man ist ja... Man steht ja fest... Also, man kann ja wirklich nix machen, wenn man castet. Ich würd's doch mit Mimik versuchen. Ich muss nur diese Überbrückung schaffen. Mich zu heilen, nachdem der Mimik da ist. Ja, was ist denn das? Das ist doch Quatsch. Das ist doch... Ich springe sogar spät. Das ist unglaublich, was der für ein Auto-Aim hat. Du kannst den Angriffen nicht dodgen. Das geht nicht. Ich bin sogar spät gesprungen beim ersten Schlag, damit er daneben haut. Nö, er haut hoch. Das ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Das ist ganz schlimm. Ich bin so lächerlich. Ich bin so lächerlich. Was? Das gibt's nicht. Wie soll man das dodgen mit dem Pferd? Wie soll man das dodgen mit dem Pferd? Was ist das jetzt? Du warst noch nicht schlimm genug, oder was? Ja! Er war noch nicht schlimm genug. Er muss noch sowas rausholen. Ja! Second Phase, großartig! Er ist ja komplett Banane. Du kommst nicht weg von ihm. Du kannst nicht wegboosten. Du hast keine Chance. Du kommst ja nicht mal über ihn drüber, richtig, wenn du nicht perfekt springst. Es ist komplett Banane, dieser Boss. Du kommst ja nicht weg. Nein. Einfach nein, dieser Boss. Einfach nein. Einfach nein. Der macht keinen Spaß. Der ist komplett scheiße. Ach, ey. Da kämpfe ich lieber gegen zwei Malenias gleichzeitig. Er ist nicht gesprungen. Und ich bin nicht mal geboostet oder so. Ja, ist okay. Töte mich. Ich habe aber nichts mit Fäulnis am Start. Das ist komplett Banane. Schon wieder kommt er an. Ach, Mann. Ist das so lächerlich. Ich hasse. Ach, das ist fast okay, wenn seine Hitbox nicht so dumm wäre. Was willst du mehr machen, als rüberspringen? 80 Mal zaubert er. Jetzt gerade, wo ich den Geist casten will, dann denkt er sich rennen. Das ist geil. Was ist das denn? Worauf laufe ich denn da? Ey, man läuft da immer so dumm hoch, Alter. Katastrophe der Boss. Also wirklich. Ja, danke. Ach, ey, lauf doch weiter. Katastrophe, Boss, Alter. Ich rufe gleich Dennis und setze mich in die Ecke und weine und Dennis macht den. Obwohl Dennis kann nicht reiten bei dem Boss. Schwierig. Weißt du, die anderen Bosse, die haben so... Also ja, dass der anstürmt, ist komplett hohl. Dass der sofort immer den Angriff macht, ist kompletter Scheiß. Und dann kommst du nicht mal ordentlich über ihn drüber. Was macht er jetzt? Wieso gehst du? Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Ich hasse. Ach, der macht halt keinen Spaß. Ich gehe jetzt zu Messmo und lasse mich von dem vergewaltigen. War das hier? Aha. Ich gehe jetzt. Wow, okay. Okay, ich wusste nicht, dass das passiert. Ich habe in einem Try mehr Damage an Mesmer gemacht, als er mit dem Schwein in allen Tries zusammen. Obwohl, stimmt nicht. Ich habe die zweite Phase bei dem Schwein erreicht. Aber trotzdem, absolut wild. Okay, später. Boah, okay. Wilder Move. Den muss ich noch lernen, wie ich den zweiten... Beim ersten hinrollen, easy. Damit du von ihm wegkommst. Aber beim zweiten kommt er von hinten ja wieder an dich ran. Oh, der macht so viel mehr Bock als das doofe Schwein, ne? Das ist schlimm. Okay, der Move ist wild. Ich wusste nicht mehr... Also, ja. Okay. Da sterbe ich jetzt tausendmal lieber, als bei der dummen Sau unten. Wirklich. Oh, das mit dem Rollen hat beim ersten Mal perfekt geklappt. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Okay, ich wusste nicht, dass der auf mich geht. Gut. Ja, okay. Knapp. Okay, er macht zwei. Danach macht er noch... Oh Gott, das Zustechen ist gar nicht das Finale. Danach geht er noch auf den Boden. Okay. Nach dem Zustechen kommt noch was. Ich... Ich bin gerollt. Hey, Skorpen. Die Frage, ob Tisch vielleicht besser ist. Da muss ich mich nie heilen. Okay. 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 Ich hab das Gefühl, mein Großkatana ist es nicht. Aber Blutverlust 137, das ist es eigentlich. Scheiße. Der Special Move vom Großkatana ist halt scheiße dafür. An sich ist der Special Move geil. Okay. Okay. Ich darf den nicht sofort angreifen. Ich muss mich verpissen. Aber der kriegt gut Damage. Boah. Meine Mimik hat gerade 6k Damage gemacht. Was ist das eigentlich mit den Start Moves, was die Bosse jetzt hier immer haben? Ey, das Schwein macht immer den gleichen Move. Er macht immer den gleichen Move. Warum denken die denn, das ist cool, dass der Boss immer das gleiche macht am Start? Hat der nicht mal Malenia gemacht? Hä? Der ging auf mich? What the fuck? Oh. Jemand Hunger? Ich bin gut durch. Schöner Move. Das ist ein Finisher. Kimming rein. Die wird wieder wieder. Ich bin gut durch. Die Wirkung, das ist bis. is ist ein Finisher. Alter, das ist ja das... Also, die... Man muss sagen, die Bosse kommen deutlich besser damit, klar, gegen zwei Charaktere zu kämpfen. Oh, Second Phase. War klar. Irgendwie habe ich es erwartet. Bist du das? Oh, schöne Statue von deiner Mama und dir selber als Kind. Kontaktlinsen? Du stichst dir jetzt nicht mit deinen Fingern die Augen aus. Tu es nicht. Ah. Nein, nein, nein. Der hat ein Auge auf mich geworfen. Um... Um... Rikard? Bist du's? Deine Schlange ist nicht mehr rot. Geh auf die Mimic bitte. Der hat Radagon Musik. Die... Aua. Okay. Okay. What the fuck? Mesmer hat den Preis für bisher den besten Elden Ring Boss bekommen. Wie geil war der Opening Move von der Schlange bitte. Also, come on. Der hätte sowas von Titel End Boss verdient. Also, das ist schon ein Banger, den er da rausgehauen hat. Was ist schon ein Banger? Was ist schon ein Banger? Mimic, lass mich kurz heilen, bevor du ihn machst. Danke. Oh. Okay. Oh Gott, jetzt geht er auf mich. So ein geiler Boss. Boah, ist das geil. Easy. So ein geiler Boss. Wenn man verstanden hat, dass man wirklich, sobald er mit der Schlange irgendwie seinen Angriff zu Ende gemacht hat, dass der dann einen Moment immer steht, bis er dann da ist. Du kannst in dem Moment schon angreifen. Ist der echt easy, aber vom Design ist der geil. Nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte erst mal leveln. Ich wollte mich danach umgucken. Hast du dich wegteleportiert? Oder warum sagst du das so? Ich denke mal, du meinst wegen dem NPC? Oder ist hier noch was? Warte, lass mich gucken. Eine. Eine der Boys-Verbrecherstelle labert danach noch mit jemandem. Ah, ja, okay. Oh, so ein guter Boss. Jetzt hab ich noch weniger Bock, das dumme Schwein zu klatschen. Wirklich. Der hat bestimmt auch ein geiles Schwert. Lass mal gucken gehen. Oh, der hat bestimmt so Snake-Spells. Danach ist er weg. Großer, ah, das ist ein Speer. Messmas-Kugel. Ah, das, was die Schlange im Maul hatte. Hat er natürlich geiler. Aber Glaube 60. Alter. Ich glaube, ich nenne den Speer. Der hat halt nix besonderes so, ne? Er hat den Messma-Angriff. Der könnte vielleicht geil sein. Gucken wir mal. Oh, warte mal. Messmas-Rüstung. Hat, kann halt nix besonderes für mich, weil Feueranrufung mach ich nicht. Ich hab keine Feuerritter-Talente. Es hat schade, dass nicht alle Rüstungsteile irgendwie was besonderes machen. So viele Rüstungen sind einfach nur useless oder hübsch so. So, keine Ahnung. Du brauchst die alle nicht. Useless, aber hübsch. Da. Da. Glaube. Gerade kurz Angst gehabt, dass das der Falsche ist. Aber ist er. Der Messma-Angriff. Gucken wir mal, was der kann. Sicher, dass der weg ist jetzt? Angezeigt wurde er noch. Ja, ist weg. Hä, ich darf hier nicht kämpfen. Ich hab hier grad einen Boss drin besiegt. Spiel, what the fuck? Ich darf hier nicht kämpfen drin. Oh, das ist dick. Oh, das mag ich. Oh, das mag ich. Guck mal, und die Story sagt jetzt da lang. Ich muss nicht zum Schwein. Das Schwein ist optional, Chat. Ich muss da nicht hin. Aber eigentlich muss ich noch hier hin. Und hier war ich immer noch nicht. Wie komm ich hier hin? Welchen Weg im Schloss muss ich gehen, um da hinzukommen? Oh, nicht, dass beim Schwein rechts eine Tür ist. Ich muss einmal gucken. Nehmen wir auch einen Opferzweig. Fuck, da ist eine Tür. Scheiße. Scheiße, ich will den nicht machen. Ich geh erst einen anderen Weg. Was hatte ich drin? Scheiße. Den, glaube ich. Oh, ist die Magierin jetzt wieder da? Ich hoffe nicht. Die hat mir was gedroppt. So ein unique Ausrüstungsding. Ich hoffe, die ist nicht wieder da. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Mann, Dennis sagt, der hat oben noch einen Weg gefunden, glaube ich. Da war ja noch was. Wieso hat denn dieses Schloss so viele Wege? Die Hilde habe ich auch noch nicht gefunden. Dennis hat die Hilde noch gefunden. Wo hast du Hilde überhaupt gefunden? Wo kommt Hilde auf einmal her? Vor allem, ich kann eigentlich direkt hier hingehen. Ach, die Hilde hast du gefunden. Moment, die Hilde könnte ich haben. Ich glaube nicht. Ne, die Hilde hast du gefunden. Ach, das Item. Okay. Ich dachte, du hast einen Boss namens Hilde gefunden. Die wilde Hilde. Eigentlich kann ich, ich bin den Weg ja schon mal gegangen. Eigentlich kann ich direkt hier hin. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal zu Fuß den Weg lang. Falls ich was übersehen habe. Ach, das ist die Ecke. Ach, das ist die Ecke. Also eigentlich, ja. Eigentlich ist doch der Weg da lang. Wir haben ja jetzt Messmasz Zunder. Das heißt, wir können den Baum anzünden. Oh, warte mal. Was ist, wenn ich da hochgehe? Ich war auch noch nicht bei diesem Mikkela-Siegel. Das jetzt weg sein soll, angeblich. Oh, scheiße. Das ist zu hoch, oder? Oh. Ich war in der Ecke nur gar nicht. Das D-Z hat so viel. Ah. Vom weißt du ja auch gar nicht. Also doch, weißt du schon. Weil die Gnaden zeigen es dir an. Aber es gibt bestimmt auch Nebenbosse, die das Ending noch beeinflussen. Es gibt doch nicht wieder nur ein Ending in dem Game. Ihr habt die bitte nicht auf die Wurzel gelegt. Ihr habt die Runen auf die Wurzel gelegt. Ich hasse euch. Na gut. Ernsthaft? Dass das Spiel überhaupt erlaubt, da die Runen hinzulegen. Weil das fühlt sich nicht so an, als ob das Spiel will, dass man da hingeht. Machen wir uns mal ein angenehmes Live hier. Ich glaube nicht, dass Pork ein Bogenschützengegner ist. Nee. Glaube ihr nicht. Wie willst du denn Distanz aufbauen bei Pork? Keine Chance. Wenn du die ganze Zeit reitest und mit dem Bogen auf Pork schießt, der haut dich ja kaputt. Du kommst ja nicht weg. Kann ich mir nicht vorstellen. Vom Pferd snipen. Boah, meinst du, der ist empfindlich auf Kopfschüsse und dann kannst du den vom Pferd kicken und dann... Boah, man konnte Radar vom Pferd snipen? Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Early Radar-Vibes. Loll! Man wirft den! Hä? Damit mache ich Pork. Bacon mache ich damit. So, ich bin ein Rund. Ja... Ich bin ein Rund. Angelegen... Oh, oh. Feiner schmilzt. Aua. Feiner schmilztiegel-Talisman. Nimm das. Ah, okay. So hochwerfen geht nicht. Okay. Oh, was bist du denn? Du hast einen anderen Helm auf. Das ist Mobbing. Was bist du denn? Schmilztiegel-Ritter 2.0. Geil. Jetzt habe ich ein Problem. Was für ein Tier wird er? Ich wollte die Beine richtig sehen, aber konnte ich nicht. Okay. Er ist ja cool. Ich dachte, das wäre ein normaler Hammerbro, aber er ist ein Schmilztiegel-Ritter. Und tuetet mich. Alter, seine Rüstung. Aber meinst du denn, das macht einen Unterschied, ob ich... Also nehmen wir mal an, man kann Kommandant Meerschweinchen von seinem Meerschweinchen schießen. Meinst du, es macht einen Unterschied, ob ich das mit dieser Lanze mache, also mit dem Speer oder mit einem Pfeil? Also nehmen wir mal an. Das ist ein Pferd, ne? Ja, das ist ein Pferd, lol. Der ist hart. Das ist eine harte Nummer hier, der Typ, finde ich. Nach ihm ist nichts Wichtiges. Trotzdem abgefuckt, dass der so scheiße ist und mich daran hindert, ihn zu besiegen. Okay, der muss. Der Move ist wild. Okay, ich konnte nicht mal rollen. Ich habe es gespammt. Das ging nicht. Der hat auch so eine... Ist das eine Erdenbaum-Rüstung, die er anhat? Ist das so ein Erdenbaum-Ritter? Aber der ist richtig krass. Der ist krasser als... Ich finde, der ist krasser als ein Schmelztiegel-Ritter. Die Schmelztiegel-Ritter kannst du kaputt spammen. Ihn nicht. Obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht können wir ihn mit der Waffe kaputt spammen. Zucken tut er zumindest, wenn ich ihn mit dem Großkartana haue. Aber er ist am dritten Schlag. Keine Chance. Er zuckt nicht. Aber der hat eine geile Rüstung. Ich sehe schon, komm, nächster Stream bin ich auf Magier geskillt, Chad. Dann mache ich mir das Easy-Live-Glass-Cannon. Dann heule ich zwar, dass ich One-Hit bin. Aber die Bosse sterben schnell. Also die Gegner. Die normalen Gegner. Die normalen Gegner. Oh, das Pferd. Okay. Ich kann nicht rollen. Der ist krass, der Kollege. Krass als Mesmer. Vom Damage. Ja, lassen die erst mal stehen. So, hier war ich ja auch. Schon? Wieso liegt jetzt hier wieder was? Der Siegelbaum findet sich... Er befindet sich hinter der Hochbrücke, die vom Erdgeschoss des Lagerhauses führt. Der Siegelbaum findet sich in den uralten Ruinen von Ra'u. Er befindet sich hinter der Hochbrücke, die vom Erdgeschoss des Lagerhauses führt. Ich bin doch schon bei Ra'u. Warum steht das in der Nachricht? Verstehe es nicht. Oh oh, er lasert. Hä? Hä? Was soll das? Ach so. Wait, what? Aua! Komm her, du scheiß Mücke. Danke. Jetzt muss ich irgendwo Steine finden und die zerdeppern. Ich erinnere mich. Musste ich nur noch nie machen. Aber wo? Ich dachte von Weitem, das wäre so ein Wirbelsturm, der mich nach oben schickt. Hat Tutel einen Tipp für mich? Nee, Tutel keinen Tipp für mich. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie weit ist das weg von diesem Ding. Ich denke immer, die Tutel ist ein Steinhaufen. Der Riese ist natürlich nicht förderlich für diese Exkursion. Irgendwo ist ein Steinhaufen, den man zerdeppern muss. Nackier ich mir gleich auf der Map, damit ich es nicht vergesse. Darf ich nicht. Mensch, wo war das? Ah, fuck. Ja, da irgendwo. Ich habe die Map nicht. Äh. Da. Irgendwo, Schatz. Werde ich schon drauf kommen. Der Riese ist der Steinhaufen. Ich glaube auch. Jetzt muss ich wahrscheinlich da hoch irgendwie kommen, damit ich da oben bin und dann darüber. Durch diese todesgefährliche Höhle, weil die hier irgendwie, weiß ich nicht, komische Zauber können. Nein, nicht Licht. Okay, auch. Auch gut. Alter. Vor allem zaubern die das gefühlt aus Langeweile, ne? Man ist ja gar nicht hier und die zaubern das schon. Aber warte, hier war ich schon. Geister Grabstein. Oh, was wollen wir wetten, dass da überall Items drauf liegen? Okay, ich sehe keine. Was mich ehrlich gesagt verwund... Ah, da liegt eins. Okay. Hi. Wieso bist du schon so auf Patrouille und guckst in meine Richtung? Hast du den Aufzug gehört? Das mag ich aber nicht. V-Wheel, der läuft in meine Richtung. What the fuck? Hör mal auf damit, das ist gruselig. Göttliche Vogelfedern. Da sind wieder die tödlichen Schrimps. Erst mal Echo vom Pork duped. Wieso hat das ne gute Dings oder was? Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee ist. Du bist ja auch so ein... Echt, das gewusst hätte ich dich nicht angegriffen. Du bist auch so ein Schmelztiegelritter-Fake. Und du hast auch so ne geile Rüstung an. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hier. Gut, wir holen uns die Runen wieder und dann verpissen wir uns wieder runter. Wieso werfen die gerade aus Spaß? Guck mal, wie langweilig den sei. Also... Und dann ist das auch noch random, wie das da runterfällt. Der Aufzug ist jetzt oben, ne? Darf ich nicht vergessen. Wait. Das ist der Aufzug. Ähm... Wartet kurz. Oh oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin hinterm Topf. Ihr seht nix von mir. Ich bin sofort wieder weg. Ich will euch gar nicht stören. Ciao. So. Runen holen. Wieder umdrehen. Verpissen. Wollt ihr so unangenehm? Und einmal diesen Todesparcours da gehen. Der kommt da auch hinterher und stirbt hier an der... an den Sprüngen. Ich würde kichern. Oh, das könnte zu tief sein. Oh Gott. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. noch ein Aufzug. Also wenn dieses DLC eins hat, sind es Aufzüge. Wo bin ich? Da ist ne Gnade. Das ist schon mal gut. Keine Story relevante Gnade. Äh, ich hatte vorhin auch ne scheinbare Wand, äh, im, 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 in diesem Schloss. Hattest du die, hattest du die nicht? Aber ja, war auch meine erste im DLC. Ah, das wirst du die gleiche haben wie ich. Was war das? Steht hier wieder irgendwo ein Bogenschützer-Riese rum? Das klang so. Ja. Ja. Aber wo? Ah, da. Lass mich raten. Der hat bestimmt... Der hat keine Knieschoner. Also... Gelenkschoner am Fuß. Ich bin begeistert. Äh, schade. Boah, hat der viel AP. Boah, hat der viel AP. Aber das ist nicht zu besorgen. Ich bin begeistert. Drei. Drei. König. Geister in der Waffe. Waffe. Diemen müssen in den K3s nicht mehr. ... Bälle. Die, 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 die hier... ... für Bälle. Die, 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 die... ... bei mir ist, ... ... ich bin... Ja, ne? ... Komme ich jetzt mal gleich so langsam in Richtung Map, das wäre geil. Bis man hier die Map mal findet in dem Gebiet ist echt wild, oh Gott. Natürlich habe ich Falschschaden bekommen. Oh ne, 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 nein, einfach nein! Einfach nein! Kein Bock den nochmal zu machen. Komm, ist der da in so einer Arena? Erzählt der als Boss? Ich hätte vorher gerne Gnade hier. Wenn hier eine Gnade wäre, würde ich ihn mal ausprobieren. Aber so? Ich habe Angst, dass er mich sieht von drinnen. Okay. Ja, Gegner. Oh Gott, das ist wieder so ein Riesengebiet. Hier könnte auch wieder ein Geisterflammendrache kommen. Ich bewege mich schon wieder weg von der Karte, ne? Also diese Karte werden wir nie kriegen, glaube ich. Die ist irgendwo da hinten oder unten. Keine Ahnung. Also. Keine Ahnung. Wir gehen immer weiter weg von dieser Map. Aha. Das ist schon wieder so ein Schmelzziegel-Typ. Ich habe keine Ahnung, ob die Schmelzziegel heißen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich heißen die... Weiß ich nicht. Goldene Ordnungszerstörer. Grünspandiskus. Erhöht die Verteilung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Hornritter. Hornritter heißen die. Hornin. Hornin. So. Horni. Er ist halt der krassere, der schießt die ganze Scheiße Der Hammertyp ging ja noch, der macht mal einmal den Ich komm hier gar nicht mehr weg Wait, ich muss den Weg zurück geben Es gibt immer einen Weg zurück Hier, oder? Ich sehe nichts Könnten sie Licht machen Da habe ich das gesammelt Ich meine, ich kann mich wegporten Aber irgendwie muss es doch auch noch einen Weg hier geben Wie entspannt meine Mimik da hingeht, ne? Hörst du auch mal auf? Okay Einmal so wenig Damage bekommen, wie meine Mimik Das wäre toll Hä? Warum bist du hier? Du droppst nicht mal was Warum bist du hier? Du hast nicht mal was gedroppt Was beschützt du? Außer den Talisman, der hier lag Absolut wild Ich glaube, hier kommt man echt nicht weg Ohne sich wegzupocken Oder ich bin wieder blind Vielleicht komme ich irgendwo runter am Rand Das wäre stark Andererseits Wie oft haben wir jetzt schon Andere Wege gefunden, die der andere nicht gefunden hat Ich meine, ich habe Dennis gestern das Rabbit Hole des Todes gezeigt Und Dennis hat dadurch noch ein größeres Rabbit Hole gefunden Und so gibt es Rabbit Hole nach Rabbit Hole Wer weiß, wo hier ein Rabbit Hole versteckt ist Und eigentlich muss ich im ersten Gebiet noch alles untersuchen Aber ich bin so faul Ne, hier geht es nicht weiter Ich glaube, hier muss man sich echt wegporten Wild Weil da hoch springen kann sie knicken Da ist die Map Und ich komme nicht hin Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Was können wir jetzt tun? Ich war immer noch nicht in dem Gebiet hier Da muss man ja auch irgendwie durchs Schloss kommen Jetzt hat die Frage Dennis sagte, nach dem Schwein ist nichts Spannendes Also geht die Tür nicht auf nach dem Schweinchen? Weil sonst ist da was Spannendes Nämlich der Finger, Alter Jetzt gehe ich schon wieder mit über 100.000 Runen beim Schweinchen rein Weil ich was ausprobieren will Das reicht nicht Ein Level holen Weil ich keinen Bock habe, wieder ein Level zu verlieren Amen Geht Eine Ich kann mich gerade beschweren, dass ich den Buff nie bekommen habe, aber ich spiele gerade wieder offline. Guck mal, ich habe den ganzen Leuten einen Buffer wert. Ich habe einen Storyboss gelegt. Hätte ich das mal online gemacht, dann hätten die alle einen schönen Runenbuff bekommen von mir. Habe ich vergessen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Oh, ich habe ein, zwei, drei, vier, acht. Wieso kann das nicht fünf sein? Ja, sehr gut. Hä, er hat damit gerechnet, dass ich springe, gefühlt. Scheiße. Man trifft nicht mit dem scheiß Speer. Dann trifft man auch nicht mit einem Bogen. Man kann auch nicht nach hinten werfen. Dann actorzeniere decirte ich über die斯elf restroom. Ich bin een drije Koff junker? Dann Sovietsуда一個el Jeep. Ich bin gariert. Ich bin ein ey, drei, sechs. Ich bin gariert. Ich bin gariert. Ich schwere das jetzt nicht mehr. Schade. Beim Feuer von Mesmar. Scheiße. Ja, okay, das war's. Das war der Versuch. Ja, okay, das war's. Dieser Boss ist es einfach nicht für mich. Naja, war kein guter Try. Wenn ich dem die ganze Zeit dodge, ist das kein guter Try. Bringt dann nichts, wenn ich die ganze Zeit nur ausweiche und kein Damage mache. So, wir haben Mesmar. Wir haben unten das Schwein. Dann war der bei dem anderen Weg, ah, nur das Nilpferd. Das war hier. Aber es muss ja irgendwie noch... Irgendwas ist mit dem Wasser doch noch hier am Start. Irgendwas muss es hier noch geben. Du hast das Wasser abgelassen. Wo wir gerade drüber reden. Wo wir gerade drüber reden. Wir waren einfach beide verblendet. Oh Gott, sind wir dann vorbeigelaufen, ja? Wie weit am Anfang ist es? Jupp, okay. Ist es... Eingang Jupp? Oder ist es noch Lagerhaus Jupp? Wie viel Jupp ist es? Lagerhaus rückwärts. Nein, gut. Lagerhaus rückwärts. Warte, dann muss ich aber... Eine Etage hoch. Warte, dann geht es dir so. Das Lez. Warte, dann geht es dir in der Election. Dieses Schwein, ey. Ich warte, bis Let Me Solo das Schwein gemeistert hat und dann rufe ich den und setze mich daneben dran. Schwein einfach neue Malenia. Wir waren blind. Oh, fuck. Ich mach mal Licht an. Ich bin nämlich gerne blind. Da würde irgendwo ein Schalter sein, den man übersieht. Hier war ich noch gar nicht. Also wenn er hier ist, hier war ich noch gar nicht. Ich kann nicht blind gewesen sein. Du warst blind. Und ich hab den nicht übersehen. Ich hab mir den angeguckt und dachte mir, nee, da geh ich jetzt noch nicht lang. Und dann ging es aber bis in dieses Lagerhaus da rein und ich habe den vergessen. Gesehen hab ich ihn. Ich stand schon auf dem Weg und hab gedacht, geh ich jetzt hier lang? Und dann dachte ich mir so, nee. Wusste ich ja nicht, dass hier ein Schalter ist, um das Wasser abzulassen und es hier gar nicht weitergeht. Andererseits ist es gut, dass ich das jetzt erst finde. Und das hätte ich heute Mesmer vielleicht nicht gefunden. Weil das Gebiet ist ja jetzt riesig. Hier ist ja jetzt endlos viel. Reicht ja auch nicht, dass das Gebiet so schon riesig ist und wir drei Bosse hier gefunden haben. Es wird einfach noch größer. Und ich darf leider nicht reiten. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, let's go. Ab wo darf ich denn runter? Da war ein Aufzug mit Wasser. Mehrere Aufzüge mit Wasser. Am Start war ein Aufzug, der ins Wasser führt. Und vorhin habe ich einen gesehen. Ah, hier kommt man runter. Das wird man, glaube ich, überleben. Oh. Wo musst du denn her? Da war gerade alles voller Wasser. Wieso stehst du da? Hallo? 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 Moment, da kam ich her. Hier. Aufzug. Meint ihr, das ist zu tief? Das ist zu tief, ne? Ja, das ist zu tief. Vielleicht, wenn ich da auf der Kante lande. Aber unterm Hebel ist bestimmt der Weg zu Grace. Deswegen gehe ich da jetzt hin. Unterm Hebel. Okay. Ach, da. Das ist ne Tür. Das ist der zweite Aufzug, den ich gesehen habe. Ja. Ist gar kein Aufzug. Ist nur ein Loch. Perfekt. Und Dennis, hast du unseren Erdenbaumwurm schon gefunden? Freust dich schon. Ja, ist schon tot. Okay. Sehr gut. Wie viel Platz hatte er? Je mehr Platz er hat, umso schlimmer wird er für mich. Das sieht episch aus, wie der Dude da in der Tür steht. Natürlich hast du das mit. Ach, du bist so einer. Okay, das ist jetzt creepy. Okay, das ist jetzt nicht so, wie der Dude da ist, wie der Dude da ist, wie der Dude da ist, wie der Dude da ist. technically das gesamte gebiet das mag ich nicht todesmaskenhelm wieso sind zwei davon verschwunden einfach die spawn die matschgeräusche siegel der feuerritter versteckt feuer anrufung borden kannst du so ein richtiges feuer bild machen. Nur Feuer ist irgendwie... Weiß ich nicht. Nie ist irgendwas schwach gegen Feuer. Wahrscheinlich alles und ich übertreibe, aber... Weiß ich nicht. Ist Feuer so krass? Würde es sich lohnen? Nice. Kann man diese Tür öffnen? Ist das der... Geht der runter oder hoch? Runter? Wo komme ich denn jetzt schon wieder hin? Ich habe gerade erst Wasser abgelassen und jetzt komme ich in den Keller. Und es geht immer tiefer. Wo bin ich jetzt? Oh, aber vielleicht bin ich richtig. Ich bin richtig, glaube ich. Vielleicht komme ich hier. Entweder bin ich jetzt hier, was wahrscheinlicher ist, weil das weit unten ist. Oder ich komme gleich da raus, wo ich hin wollte. Die Brücke stößt doch ein. Okay. Überraschend. Ich sage, das ist ein Bossraum. Irgendwie wirkt das so. Noch eine Iris der Gnade. Okay, kein Bossraum. Aber irgendwas für eine Quest. Oh. What? The actual fuck? Das ist die erste, die ich finde. Ja, wir sind hier in diesem Gammelgebiet. Fuß des Skado-Baums. Was ist das? Tut es weh? Nee. Okay. Das tut nicht weh. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Aber hier kommt irgendein Boss. Es ist... Es ist eine Boss-Arena. Und ich darf meine Mimik... rufen. Das ist eine Boss-Arena. Turch. Undabautet. Das ist ... Ich bin tot, ja, ich hatte eine Fat-Roll. Ich bin tot, ja, ich bin tot, ja, ich bin tot, ja, ich bin tot. Okay, ja, ist okay, ich bleib draußen, ich geh wieder, ist okay, ich geh wieder. Man muss wieder einen Step nach vorne machen zum Casten, sonst greift er wieder in seine Tasche und macht nix. Wieso habe ich eine Fat-Roll? Habe ich nicht, ne? Das ist hier die Seuche, die mich so langsam macht. Ja, das ist die Seuche. Ja, läuft ja gut, ne? Ah, mit einer Mimic easy der Boss. Kriegt man aber auch ohnehin. Ja, kriegt man auch ohnehin, aber mit einer Mimic easy. Oh, was? Sie lebt noch. Hatte sie noch einen HP? Also, hatte der Avatar noch einen HP, oder? Wieso zweite Phase? Ähm. Wieso zweite Phase? Dennis, er hat auch noch zwei Phasen. Oder man muss was Bestimmtes machen am Ende. Oh Gott, was ist, wenn das ein Boss ist, wo man am Ende irgendwas Bestimmtes machen muss? Ach du Scheiße. Aber warte, der reagiert doch bestimmt richtig, empfinde ich auf Feuer. Weil man muss da am Ende, glaube ich, noch den Finisher machen. Ah, ich bin wieder scheiße gelaufen. Gut. Habe ich nicht gesehen, wann sie kommen. Sehr gut. Habe ich nicht gesehen, wann sie kommen. Dennis, hier siehst du die Strat, um den schnell zu machen. Man muss den nochmal finishen. Aber jetzt kommt der wieder. Was muss man tun? Aber er hat nicht seine volle HP. Solarstrahl. Ach du Scheiße. Überraschung, Feuer mag der nicht. Aber wie hat der immer, also jetzt ist die Frage, kommt der immer ein zweites Mal wieder, ist die Frage. Wahrscheinlich. Wenn der Feuer nicht mag, können wir doch auch unsere Katana nehmen, die ja auch ein bisschen Feuer dran hat. Aber ich glaube, der wurde nicht mit voller HP wiederbelebt. Ich glaube nicht, dass mein Mimic in der Zeit so viel Damage gemacht hat, als er da gespawnt ist. Der hatte schon echt viel Damage gekriegt. Ich glaube nicht, dass der mit vollem AP wiederkommt in die zweite Phase. Von daher scheint das einfach nur ein Gimmick zu sein. Also, das ist ein Gimmick zu sein. Das ist ein Gimmick zu sein. Ich bin ein Gimmick zu sein. Aber ich hoffe, es hilft, es heilt den Gimmick zu sein. Der war neu. Er liegt zu hoch. Okay, wenn man ihn nicht absticht, kommt er trotzdem wieder. Boah, wie der die Bäume wegfetzt, das ist schon geil. Wieso hat der jetzt nicht so wenig HP wie vor? Ach, wegen dem Backstab. Vielleicht ist der Backstab für die zweite Phase wichtig. Ja, okay. Vielleicht macht der Backstab, wenn er den Durchgriffs in der zweiten Phase schon ein bisschen Damage. Ach, bleib doch mal hier. Scheiße. Ach komm, ich war ja nicht mal in der Nähe. Hey Dennis, bist du auch schon da? Machst du den auch schon? Oder hast du keinen Bock? Dennis schafft den eh schneller. Dennis ist krasser als ich. I'm fighting. Okay. Ah, den hier, den zweiten hier muss ich auch, den zweiten muss ich abwarten. Hä, lernt der und macht irgendwie seine Moves auf einmal doppelt? Gefühlt macht der gerade Moves aus der zweiten Phase. Danke. Ich seh' nix. Ja, geil. Wieso so viele? Der macht auf einmal, also, keine Ahnung, irgendwie macht der immer mehr Moves in der ersten Phase. Als ob der sich daran erinnert, was er in der zweiten Phase gemacht hat. Das hat er in der ersten Phase nie gemacht. Das hat er immer erst in der ersten Phase gemacht, wenn er es dann einmal in der zweiten gemacht hat. Das ist richtig weird. Ah, ich hab zu früh gedrückt. Wieso machst du das denn jetzt nochmal? Warum willst du nerven? Wieso? 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 Lass mich... Hallo, ich häng... Lächerlich. Ich häng an ihm fest. Ich konnte ihn nicht backstappen. Ach, lächerlich. Absolut lächerlich. Aber was hat sich nicht zu sehen? Ich bin... Und... ... Ich bin... Jau! Und nochmal, ich kam... Mann, ich will ihn doch... Jetzt durfte ich ihn schon zweimal nicht backstammen. Einmal, weil er zu hoch lag, was auch ein Gamebug ist in meinen Augen. Und beim zweiten Mal, weil ich in ihm festhing, was eindeutig ein Gamebug ist. Also, komplett scammen hier gerade. Nicht heilen, erst rollen. So. Jetzt wird's scheiße. So, darf ich ihn jetzt bitte... ...abstechen? Ich komm wieder nicht ran. Ich brauch zu lange. Der Move hat zu lange gedauert. Steh auf, bitte. Er hat's in die Wand gesetzt. Haha, geil. Geil. Geil, er hat den Schuss in die Wand gesetzt. Wieso bin ich fast tot? Wie ist das passiert? Mein Gott. Ach, komm, ey. Chill doch mal deine Nuggets, Alter. Oh, er chillt nicht. Ich hab gar kein Damage gemacht in der zweiten Phase. Er hat nicht gechillt. Ich würde gerne mal die zweite Phase schaffen. Also, Phase, falls es eine ist. Und ich nicht irgendwas Bestimmtes machen muss bei ihm. Und es nicht heißt, ja, du musst jetzt Mesmas Zunder benutzen, sonst fackelt der nicht ab oder so. Also, ich würde gerne mal die Wand gesetzt. der ist aber geil ist ein guter Boss aber der chillt seine Nuggets halt nicht hast du schon die zweite Phase mal geschafft kommt da noch ein drittes Mal wieder vielleicht muss man wirklich was besonderes bei dem machen fände ich geil wenn man was bei dem machen muss dann kommt da noch ein drittes Mal wieder dann kommt da noch ein drittes Mal Alter, übertreibe halt, Kollege. So, Phase 1 mit einem Backstep. Oh. Und er hat HP direkt verloren. Okay, der Backstep ist wichtig. Oh, es kann sein, dass der dann sogar ein drittes Mal kommt. Ich sehe nix. Scheiße. Scheiße. Das war der Große. Okay, der Backstep ist aber wichtig. Damit hat er in der zweiten Phase weniger AP. Das heißt, wenn du den nicht kriegst, weil das Spiel dich verarscht, ist das ja noch mehr Scam. Geil. Boah, wenn du Feuer in seine Blume rein donnerst, ne? Ich bin tot. Wenn du... Wenn du einen Feuermagier hast... ...und nur auf seinen Kopf zielst, kriegt er so viel Damage. ...und nur auf seinen Kopf zielst, kriegt er so viel Damage. Scheiße. Scheiße. Ach, der Dreckzack. Oh, gut, 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 gut. Das ist aber schon ein geiler Move. Gefühlt willst du den hier an der Wand haben. Scheiße. Scheiße, meine Mimik is down Nein, er macht nochmal den Ich hatte ihn Auch wenn ich glaube, der kommt danach nochmal wieder Ich glaube, man muss den So oft backstabben Bis der keine AP mehr hat Ich glaube, leider ist es das Und das ist hart Bis zum nächsten Mal Ach, die Drecksack Ich konnte nicht mehr rollen Kriegt der die Scheiße noch raus Ich weiß nicht, ob ich den heute noch schaffe Aber der ist machbar Der ist gut Besser als das Schwein Macht doch deutlich mehr Spaß Das ist das Schwein Mein Gott Alles auf Mimik Ach, du hast mich getroffen Come on Das ist doch lächerlich Du hättest mich da nicht treffen dürfen Da hast du gar nicht hingeschlagen Dein Arm hat sich mit in die Richtung bewegt Ja, aber ey, Mann Absolute Frechheit Dass ich da gestorben bin Das ist doch nicht Oh komm, ich bin doch schon früh gesprungen. Arme Mimik. Arme Mimik. Oh, die Mimik ist gedodged, wow. Scheiße. Nein. Okay. Dritte Phase. Es kommt wirklich ein drittes Mal, Leute. Das ist nicht dein Ernst. Alter. Und sie hat nicht weniger AP. Okay. Was ist das? Das ist nicht... Was ist das für ein Boss, Alter? Die Musik ändert sich auch. Das ist alles intended. Was ist das für ein Boss? Als ob du mich triffst. Ja, okay. What the fuck ist das für ein Boss? Ich habe das Gefühl, der zweite Step, die dritte Phase hat nicht viel mehr Damage gekriegt. Muss man vielleicht wirklich was Besonderes machen? Messmerfeuer. Hm. Hm. Okay. Oh, Alter, ist das wirklich... Also irgendwie wirkt das sinnlos, den weiter zu bekämpfen. Der ist leichter als andere Bosse. In meinen Augen. Für manche ist der völlig schwerer. Der ist leichter als andere Bosse und dann aber dreimal oder sogar viermal? Das ist hart. Der muss irgendeinen Trick haben, dass der noch einfacher wird. Egal, kümmern wir uns das nächste Mal.